Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benni und Steve. Wir spielen heute für euch den ersten Teil der The Dark Picture Anthology und zwar Man of Medan. Alles was ich darüber weiß ist eigentlich, dass du irgendwie auf dem Meer unterwegs bist. Und da ich es nur bis Seedpferchen Stufe 1 geschafft habe, ist bei mir heute der Mann, der mit Spiewcannon das Schwimmen beigebracht hat. Der Mann, der die Rettungsschwimmertürme erfunden hat und dessen Kopf das Baywatch-Wappen ziert. Benni! Hi, hi zusammen. Hey Benni. So, wir spielen, wie gesagt, heute Man of Medan. Und bei Man of Medan ist es halt so, man hat eine Gruppe an Leuten. Und es passiert viel in diesem Spiel mit Entscheidungen. Und um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, Bennis moralischer Kompass ist nicht ganz so wie der normaler Menschen. Nein, wir werden es so machen, wir werden, sobald wir vielleicht eine Vierer- oder Fünfergruppe haben, werfen wir die Figuren auf, splitten und werden uns die Figuren zuweisen. Und Benni wird mir bei seinen Figuren einfach sagen, wie ich mich für sie entscheiden soll. Ja, weil ich bin heute der Spielende. Und damit wir dazu ein bisschen so ambivalent wie möglich gestalten und ja, deswegen werden wir dazu machen. Ihr könnt also darauf wetten, dass Bennis Figuren wahrscheinlich alle nicht durchkommen werden. Abwarten, hallo, hallo. Oder meine alle töten, wer weiß, wer weiß. So, aber ich würde sagen, Benni, wir starten Man of Medan. So, wie geht's dir? Mein Chef, wenn... Okay, Kumpel, wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey, immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Oh, ja, ich bin... Äh, 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 so, okay. Also, ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird, äh, wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ja, äh, nehmen wir den Bambustein oder den Drachenstein? Boah, ich bin ja eigentlich für den Drachenstein, ne? Dann nehmen wir den Drachenstein. Oh, halte hier drückt, um Objekte aufzuheben und, ja, um zu sehen. Okay, ja, das ist klar, denn, äh, gib ihn und wir schauen uns das mal ganz kurz an. Das sieht aus wie ein Fisch. Voller Lachs, Alter. Hallo. Ja, dann pack mal wieder zurück hier den Lachsstein. Hey, was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hält's dich wohl für stark. Nienung, wie nieder Ponyo dadde, gön hao, mein Jungs, is? Im Kämpfen? Klar. Hast du noch ein Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. So, ich bin so richtig kacke mit dem Xbox-Pad, irgendwie. Na, das wird ja was. What should I do? Oh, wie? Oh, ey, nicht. Ja, jetzt ist auf jeden Fall die Moos bestimmt ein bisschen besser als der Pad. Oh, wie? Oh, das war, ach, das war scheiße. Siehste? Ich bin so Playstation gewohnt. Da ist X unten. KB drückt. Shit. In the net. Oh. Oh, what? Damn. Das heißt, ich bin dran. Hab einen schönen Tag. Hey, Chuck. Wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Und damit geht's zurück. Nach Raum Nummer zwei. Na, aber das war doch schön. Das ist angeliefert. Waffen. Oder ist das vielleicht etwas Schlimmeres? Das ist vielleicht das. Oh. Oft. Das war's. Und einer ihn geschenkt. Vom Gani. Alter, wann haben die sich so abgeschlossen? Die waren doch noch ganz klar gerade auf dem Weg zum Schiff. Guck mal, ich ne noch irgendwie acht Sturzbiere hin, oder was? Und das Schiff legt ab aus der Machu-Rei. Was ist denn das? Oh nein, ist der Gas danach? Eine biologische Waffe? Scheiße. Oh, it's a bad dream, my friend. Joey. So, okay, alle klar, dann sind wir wohl Joey auf der Krankenstation und haben gerade ordentlich eine vom Gani reingezimmert bekommen. Was haben wir hier noch? Ein wunderbares Bild von uns selbst, oder was? Ach nee, jetzt unser Sohn. Warum stellt man das Bild unseres Sohns zu uns in die Krankenstation? Bin ich gerade besoffen auf... Also, was ist das? Da könnt ihr mich schon gleich instant aufregen. Was ist das? Besoffen auf die Krankenstation mit ihnen, aber stellt ihnen das Bild seines Sohns neben das Bett. Ganz wichtig. Ist mir wichtig. Genau. Das ist wichtig. So, ansonsten muss ich aber sagen, oh, die Grafik ist wirklich, wirklich, wirklich Perle. Da muss man mal ganz klar sagen, Chapeau, Freunde. Oh. 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 Was ist denn da los? War das unser behandelnder Arzt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, äh. Ja, trau dich, nimm den Schlüssel. Was ist das? Was ist das für okay? Okay, löse der Key. Hm. Okay. Sieht ein bisschen wie ein Autoschlüssel aus. Oh. So. Komm, wir checken mal nochmal ganz kurz. Aber die Steuerung ist sehr träge. Sehr, sehr träge. Ja, und? Wie? Ohne, ohne Reaktion? Oh ja, wir haben quasi den Mauszeiger hier weg. So. Aber hat der nicht noch irgendwas fallen lassen? Hat der doch irgendwie so ein Notizbuch oder so fallen lassen? Können wir das nicht aufheben? Ja, das ist, äh, ich würze, ich würze ja eine nehmen oder sehen oder sonst irgendwas. Aber. Aber nee. Aber nee, mach dann nicht. Okay. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich anders positionieren muss, vielleicht? Nee, ich glaub, du kommst immer wieder an die gleiche Position zurück. Wahrscheinlich, ja. Oh, der Typ. Oh, Alter. Das ist wirklich... Also die Steuerung, äh, die ist jetzt so semi, sag mal. Muss ich, fällt mir mal gleich, leider ein bisschen negativ auf, irgendwie. Ich will nicht gleich, äh, äh, so salty sein hier irgendwie, aber... Das ist... Uh. Weißt du, was vom Bandelspiel ist? Also ich weiß leider nicht, wann das rauskam. Ja, das ist damals auf dem C64 erschienen. So, irgendwie. 85. Sieht man ja. Nee, äh, ich glaube, das ist vielleicht, keine Ahnung, vier, fünf Jahre alt oder so. Okay. Oh, gut. Ey, man, der sieht schon wirklich geil aus. Also das kann man nicht anders sagen, ne? So, kann ich denn rennen oder irgendwas? Oh. 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 Wo bist du denn jetzt gelandet? Ich bin gerade kurz im Menü gelandet. Ich bin eventuell egoistisch, selbstlos, unvorsichtig und unsicher. Ah. Und ich muss Charlie finden. Ah, für den Charlie. Okay. Also die Grafik, muss man wirklich sagen. Also die Grafik ist ja krass. Oh, die ist ja krass. Also ihr kennt ja sonst die Spiele, die wir hier so haben, ja? Eher Indie-Spiele. Und da ist, zeigt mal, die Grafik eher... Ja. So gerade mal ein bisschen besser als normale Pixel-Grafik, ne? Und da ist das natürlich schon krass, wenn man mal so ein Spiel hat. So ein wirklich so ein Triple-A-Titel. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich wirklich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war, äh, eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Charlie wirkt so ein bisschen dümmlich irgendwie. Ja. Können wir uns noch die, die, die Zelle angucken? Ja, tatsächlich. Oh, oh, guck mal hier. Oh. Ist das denn safe? Das ist das Loch. Und ihr sagt, die Spanien ist Loch. Okay, wir haben keine Kombination wahrscheinlich dafür. Oh, können wir da, ah ne, ach so. Ah, komm mal ins Inventar? In dem Schlüssel? Der, wir können es probieren, aber ich glaube, der Safe war eher ein Dreh-Safe. Oh, okay, alle klar. Also, das Spiel verzeiht nicht sehr viel irgendwie. Ihr drückt halten. Ihr drückt halten und irgendwann kommt Text. Private Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, dass sich eines Angehörigen der US-Streitkräfte nicht geziemt, private Anderson, stritt mit einem anderen betrunkenen Soldaten. Laut Meinung des verhafteten Offiziers hätte dieser Streit zu einer Schlägerei in der Öffentlichkeit geführt. Daher wurde sichergestellt, dass beide Männer wieder auf ihr Schiff zurückkehrten. Okay, alles klar. Das ist anscheinend laut ZDV der Vorgang, wie es wohl passiert sein könnte. Und hier ist jetzt unsere Aussage wahrscheinlich. Gucken. Brick, Woche 27, Montag, Arthur Miller, Private, Diebstahl, ein Tag, Haft in Millers Spind, wurde persönlicher Gegenstand eines vorgesetzten Offiziers gefunden, Gegenstand sichergestellt und Besitzer zurückgegeben. Mittwoch, David Davis, Private, unbefugter Zutritt, zwei Tage Haft, hielt sich ohne Zutrittsbefugnis in Frachtraum 3a auf. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag, ich kenne mich leider nicht so mit den amerikanischen Dienstgraden aus, Private Corporal, ja wahrscheinlich Private Corporal, ist das drauf geschessen? Bruce Brand, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag, Haft, war während des Landgangs betrunken und legte ein für Angehörige der US-Schleitkräfte unangemessenes Verhalten an den Tag. Robert Reed, Trunkenheit in der Öffentlichkeit, ein Tag, Haft, war während des Landgangs betrunken und legte für unangemessenes Verhalten an den Tag. Ja, das passiert ja anscheinend sehr häufig. Was willst du ja noch anders machen? Wenn du hier mitten im Vietnamkrieg bist, und ich glaube wir sind im Vietnamkrieg, so von Zeit her, da kann man auch mal wahrscheinlich mal sich einen hinter die Rüstung römern. Ja, wunderschön, das ist Blut. Oder hier hatte jemand ganz ekelhaften Auswurf, da gehen wir mal weg von. Das sieht nicht gut aus. Aber interessiert Joey auch ja nicht so richtig. Nö. Können wir denn rennen? Irgendwie wir chillen hier so durch die Gänge. Oh, Schleisch. Was krass ist, wenn wir hier nicht überleben. Warte, warte. Oh, Schüsse. Ganz ruhig. Drück ab. Ah, okay. Rhythm. Rhythm ist der Danzer. Genau. Wir müssen cool bleiben, cool, Benni. Ganz cool bleiben. Ich... Ah, okay. Ruhig bleiben. Ist doch einer von uns? Also was ist denn... Alter, vielleicht... Oh, so, hier. Gani. So, Gani. Okay. Alter, warum... Warum haben sie nicht einfach gegrabbelt von hinten, Alter? Zweigen einen. Oh, Alter, was... Auf wen schießt der? Schießt der auf andere Soldaten? Keine Ahnung. Also, wurden wir angegriffen? Wird das Schiff gerade irgendwie... Na, wir hatten ja den Blitzeinschlag und, äh, äh, dann ist ja irgendwas in dieser ominösen Giftsbehälter, ich nenne sie mal beabsichtigt, nur Behälter, äh, eingeschlagen und dann... Was war das? Huh! Und ich möchte instant umdrehen und sagen, Tschüssikowski, Freunde. Ich klicke mich wieder hin. Ja, und überall ist dieser grüne Nebel irgendwie. Also, ich weiß nicht, vielleicht... Achso, hier wegen... Hanzinieren wir? Ja, wegen... Ja, genau. Hallo? Ja, hello. So, okay. Willst du wirklich da schon reingucken oder willst du nochmal ein Stück weiter gehen? Weil wenn du jetzt ein Stück weiter gehst, geht's jetzt zur nächsten Tür. Da gibt's nämlich auch nochmal so ein Cookie-Lochie. Ja. Ein Cookie-Lochie? Ein Cookie-Lochie. Okay, der denn, äh, okay. Wir checken auch gerne mal hier. Was ist denn los? Achso. Mann, Alter. Oh, nee, er will da weiter. Ich bin echt nicht fit. Ich bin wirklich nicht fit mit dem Xbox-Pad. Okay, das wollte ich jetzt... Musik drücken. Drücke mehrmals. Oh, los! Zieh durch! Verkackt. Ey, wie oft Musiken erzählen. Aber, warte, warte. Ich wollte gerade sagen, warte, geh doch erstmal nochmal zurück. Vielleicht können wir da nochmal weiter. Weil das sieht aus, als ob das... Äh, der Neck-Chapter-Lochie ist. Okay. Ich mach das. Oh, 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 oh. Ja, du sagst es. Totale Scheiße. Alter, aber waffnet euch. Nehmt euch irgendeine Scheiße irgendwie. Ja, das wär's doch bestimmt... Der hat sich da drin verbarrikadiert. Naja, wenn Gany hier ballert und durch die Gänge flitzt irgendwie, dann wird Witz machen. Oh, krass. Sollen wir jetzt hier weiter oder sollen wir die andere Tür nochmal checken? Wir können auch nochmal gucken, ob wir die andere Tür checken können. Ich dachte ja jetzt nicht, dass das ja hier so ein... Äh, ja, Point of... No Return. Genau, dass es so ein Point of No Return Ding hier wahrscheinlich wird. Verdammt. Ah, sorry, meine Schuld. Kein Problem. Also, das wird uns wahrscheinlich noch öfters im Spiel passieren. Ähm, dass wenn ihr einfach die falsche Entscheidung triffst. Hahaha, nein. Äh, oh. Sondern, äh, 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 ja. Letztendlich lebt ja diese Art von Spiel davon irgendwie, dass du ständig Entscheidungen triffst. Und dass du wie halt so ein Butterfly-Effekt weitere Auswirkungen aufs Spiel hast. Oh, verdammt. Buckley. Aber die sind schon alle recht cool, oder? Also, so, hey, Mensch. Vor allen Dingen, der hat ja keine Wunden, kein Nichts. Der ist ja einfach durch eine Schockstarre, ist der ja geführt einfach... Der hat sich einfach erschrocken zu Tod erschrocken. Also, das, was du wahrscheinlich auch gemacht hast. Den lassen wir jetzt mal so stehen. Hahaha. Aber, äh, coole Kameraperspektiven. Muss man mal sagen. Sie erinnert mich so ein bisschen an die alte Resident Evil-Zeit. Sehr atmosphärisch. Sehr atmosphärisch. Ja, aber dadurch wird die Steuerung nicht leichter. Nee, absolut nicht. Also, äh, bitte seht's mir nach, ihr Lieben, um schneller zu gehen. Ich möchte natürlich gerne schneller gehen. Höh, 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 höh. Du hast auch die richtige Taste? L, B? Ja, 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 ich gehe schneller. Es heißt nicht, dass er rennt. Achso. Geht das bloß mir so? Oder hast du auch grad so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Oh! Okay, okay, okay. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Äh, nee. Bist du okay? Okay. Hm, 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 hm. Alter, nach vorne liegen die Leichen rum. Oh, nee. Aber vielleicht haben die ja auch Waffen dabei, damit man sich mal vielleicht so ein bisschen aufwöppeln kann. Charlie, komm mal her. Oh, shit. Oh, da sieht ein Messer. Ich sehe ein Messer. Oh, nee. Irgendwie. Oh. Oh. Jetzt hört es sich grad an, als wenn ihr schreibt, MUTE KUMMELS! Okay, gut. Wir haben Waffen. Fühlen mir aber gleich ein bisschen sicher. Also, Joey sieht auch mal ohne jut aus, irgendwie. Nee. Ich glaube, Joey ist nicht jut. Er hat auch so einen ganz, ganz bösen Psycho-Blick drauf, muss ich sagen. Und schwitzt, er schwitzt, ungemein. Das ist ja sehr transparent, der Typ. Ja, wie hoch ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt hier wirklich ein Kind an Bord ist, Alter? Komm doch mal klar, Junge. Also, ich hoffe nicht, dass er, auch wenn es ein Kind ist, darauf schießt. Auf Kinder schießen ist kein, keine Option für mich. Oh, Gott, nein! Charlie! Entretung am Rad, oder? Oh, oh. Who is that boy? Wenn er Messer in der Hand hat, ist es Charlie. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nein, nein, nein! Nee, sollte ich nicht machen? Okay. Was ist denn jetzt los? Er hat seinen Fakt. Naja, er war ja schon 21. Oh, shit. Okay. Okay. Aber du hast jetzt auf ihn geschossen und hast durch ihn durchgeschossen? Jaja. Mayday, Mayday! Irgendjemand da? Hallo? Hört mich da draußen jemand? Wie lautet die Opposition? Wiederhol, wie lautet die Opposition? Ach, komm schon! Komm schon, verdammt! Was soll denn ist das? Was soll denn das? Um, das ist das. Oh, 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 dear. Oh, 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 dear. Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Won't you spare me over till another year? Well, I am dead. None can excel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit. Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss. Oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen. Doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren. Treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Okay, wo sind wir jetzt hier? Wann sind wir? Gute Frage. Brad. Geistreich. Unschuldig. Alex Bruder. Alex Bruder, genau. Oh, so ein bisschen, so ein Kastenspray-Quell. Mmh, so schmeckt das Leben. Das ist Alex. Er ist motiviert und unsicher. Aha. Und Julias Freund. Julias Freund. Wer ist denn Julian? Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Äh, ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Äh, okay. Und? Ja, da bin ich mal... Ähm... Okay, er ist eignen Brad. Nimmst du Alex? Okay, dann bin ich Alex. Ich bin ein kleines Arschloch, Brüderchen. Okay. Ja, ist so klassisch Big Brother irgendwie. Die Tauchkamera war wahnsinnig teuer. Brüderchen. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind... Tja, also... Alle beide stinkreich. Und? Rigg dich nicht über Kleinscheiß auf, man. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Okay. Äh, ja, da. Sag doch, äh, 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 bin noch nicht so gut mit Menschen. Ey, du weißt doch, dass ich mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. So ein schick Klischee. Halt die Klampe. Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag mal, mach dich locker, Junge. Sag auf dieser Eise einfach zu allem Ja. Halt. Glaub mir. Ich will, dass du dich amüsierst. Okay. Aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Sag ja. Dass ich nicht rumrennen soll? Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Ist echt hart, du. Ja, da bin ich doch einfühlsam und sage, muss hart sein. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Ey, Brett ist sehr verständnisvoll. Ne? Bingo. Wie gerufen. Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah. Conrad. Dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Yeah. Was ist denn Conrad jetzt auf einmal? So. Die Beziehung wurde aktualisiert. Kann ich das... Oh, warte mal. Ganz kurz. Okay. Oh, okay. Ah, scroll mal runter. Da ist die Beziehung... Ah, warte mal. Die Beziehung zu Alex. Guck mal, weil da hat sich schon was getan. Siehst du an den Balken? Jaja. So, was ist er? Er ist besorgt, geistreich, ehrlich und unschuldig. Und mitfühlend und besorgt. Ach, das ist ja toll. Ach, Brett. Hey. Äh. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Äh. Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Aha. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Ach, Alex. Du bist immer der Unsichere bist. Sentimental. Hör auf deinen Bauch. Hör auf deinen Bauch. Der sagt's dir schon. Okay. Oh, da kommen Comrade und Julia. Ah, Julia, guck mal. Oh. Besteht nur aus Szenen. Geistreich. Unvorsichtig. Entspannt. Tollkühn. Und Iceman. Von X-Men. Ist er doch tatsächlich. Der Schauspieler ist er. Ach so. Ja. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Conrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Ja? Sagt man über mich? Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Der Ladykiller. Hey. Bradley. Ich glaub, ich kenn dich schon. Hab viel von dir gehört. Oh, Tachi. Ja, gleichfalls. Hey. Lust auf ein Bierchen? Na? Ja. Ganz schön dick aufgetragen. Äh. Wie hätt's aufgetragen? Und, äh, 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 ist... Ich bin doch... Ich werd doch so schnell seekrank. Oh. Okay. Ich werd leider öfter mal, äh, seekrank. Äh. Brad? Bradley. Ray Bradlebury. Nur ein Mittel macht dich seefest. Das aus der Flasche. Jawoll. Nimm es. Äh. Äh. Nein. Nein. Da... Da... Nein. Davon muss ich kotzen. Die Schweinerei, die... Die willst du echt nicht sehen. Ja, Brad ist halt ein Sohn. Getaucht da. Bist du schon mal getaucht? Oh, jetzt, Alter. Äh. Oh. Ähm. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Genau. Das ist ein bisschen eklig, wie er dir gedacht hat. Übrigens möchte ich an der Stelle sagen, irgendwie, es ist immer die unschuldige Jungfrau, die die Horrorfilme überlebt. Ah. Also, Brad, ich baue auf dich. Oh, okay. Wir gucken mal. So, wir kommen jetzt nochmal. Oh. Fliss. Ungeduldig. Käpt'n der Duke of Marlon. Und mutig. Die ist ja cool. Coole Tattoo. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem. Aber, äh... Ja? Nein? So, alle an Bord und bereit abzulegen. Nice. Okay. Ähm. Wenn es dir recht ist, Käpt'n. Tja, Conny. Hm. So, wir holen... Was haben wir jetzt hier? Holen wir? Oder holen wir... Haben wir schon den Anker geworfen und den holen wir jetzt wieder raus. Oh, das ist ja so Scheigei, Alter. Okay. Französisch-Polynesien. Wie wär's... Hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich such bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich hab noch nie von eurem Brack gehört. Normalerweise wimmeln Bracks von Tauchern. Ja. Das hier ist anders. Ich mein' ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenn ich ein paar gute Stellen zum... Naja, Tauchen. Okay. So, sofort. Äh, optimistisch. Brad weiß, was er tut. Brad weiß Bescheid. Das muss hier sein, wenn du sagst. Ich glaub' meinem Bruderchen. Okay, du bist der Kunde. Er ist klug. Ich mein' ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helf' Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Guck mal hier auf YouTube. Der geile Kanal, Benni und Steve. Zieht's euch rein, Mann. Sehen und schauen. Ah, guck mal, siehste. Sieh mal an. Was ist? Sieht aus wie ein Bomber. Zoom mal ran. Oh ja, todsicher eine B29. Ist doch gut, oder? Sind Kätzchen gut? Oder Mini-Pferde? Brad. Ey, ich hab's drauf, Bro. Kleinen Siegestanz gefährlich? Kommt sofort. Okay, okay, komm. Da machen wir nicht. Oh ja. Oh ja. Und? Also die B29 war eine Festung. Die Dinger wurden im Zweiten Weltkrieg gebaut, konnten in großer Höhe fliegen und sogar mit Atombomben bestückt werden. Und... Oh. Alter, ich bin da total krass. Alter, ich bin da total in Ab, ey. Oh, sowas von krass. Mein Gott. Sorry. Ja, äh, Nerdalarm. Nur weiter, Mann. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Äh, eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Was? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Äh... Bin juckt's? Nee, warte. Äh, nichts sagen. Einfach mal nichts sagen. Nichts sagen? Ja, wir sagen mal nichts. Gut, gut, gut. Okay. Wir schweigen mal kurz. Mal gucken, was rauskommt. Leute, niemand weiß was, niemand stört's. Kein Problem. Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss drauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut. Aber beeilt euch. Siehste, guck mal, da hab ich mich ein bisschen... ...ausgeschlängelt. Ach, ich kann's kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Ich lese mir mal alles über die B29 durch. Schon wieder. Warum? Ach, Brad. Er will ja nicht mit tauchen gehen. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs, checkt nochmal alles. Sieh dir mal die Kamera an. Ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Aha. Oh, das war ein vielsangender Blick. So, wen steu... Okay, wir steuern Alex. So, dann soll ich nach dem Bruder sehen? Ey, ey, ey. Ich würde aber erstmal ein bisschen erkunden. Was haben wir denn hier so für eine schöne... ...nach wird. Ich hab die Ausrüstung gleich startklar. Aha. Äh. Oh, komm. Wir machen mal hier. Kann ich helfen? Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin grad nicht so happy mit El Capitan. Okay, warum nicht? Da bleiben wir erstmal cool. Cool, sie verdient eine starke Geld. No, bleiben wir erstmal cool. Erstmal easy, komm. Wir bleiben cool. Ja, ich weiß. Bleiben wir erstmal cool. Cool? Warum? Hat keinen Sinn, sie zu verärgern. Wenn sie mich noch einmal daran hindern will, zu tauchen, dann gibt's Ärger. Okay, aber provozier sie nicht. Good fight. Okay, ich stell dann mal die Kreislaufgeräte ein. Den Rest machen wir dann am Ende zusammen. Cool. Schrei, wenn's soweit ist. Cool, 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 cool. So, okay. Ähm. Gut, soll ich mich weiter umsehen, oder? Jaja, klar, immer, immer umsehen, immer. Immer mal gucken hier, was ist so eine schöne Idee. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Äh, 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 äh. Ist das unser potenzieller Eingang? Aha. Das sieht ja toll aus. Mhm. Da wisch ich doch nochmal rüber. Wunderbar. 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 Ganz toll, ganz toll. Ganz toll. Okay. Stein. Ist es, ist es? Okay. So, jetzt fängt es ja von vorne an. Okay, super. Okay, cool. Volle Lücke. Wahrscheinlich sollten wir uns diesen Stein ansehen. Das ist halt das, was er meinte, ne? Irgendwie werden uns irgendwelche Sachen gezeigt werden. Äh. Hey. Selber, hey. Äh, selber, hey. Ich geh mal schnell. Ist mal schnell. Willst du, äh, nochmal den Käpt'n sprechen, oder? Ne, den Käpt'n machen wir auf dem Rückweg. Okay. Willst du mal einen Blickruf werfen? Okay, machen. Aha. Okay. Alles klar. 31 Grad. Wunderbar. Können wir jetzt machen? Ich glaube, es ist wirklich. Achso, wir machen einfach mal aus. Okay, cool. Wir machen mal aus. Wir machen mal aus. Äh. Nee. Nicht wirklich. Äh, lass das mal besser. Der Käpt'n spielt nicht mit, oder? Ja, der Käpt'n spielt nicht mit. Ich hatte ja so meine Zweifel. Nee, der Käpt'n spielt nicht mit. Nee, nee. Aber mit Käpt'n Adlerauge im Nacken wird das keine einfache Sache. Nein, sie macht bloß ihren Job. Mann, ich kann's kaum erwarten, was wir da alles finden. Enthusiastisch oder fragend? Enthusiastisch. Ich bring dir was mit. Wenn da unten irgendwas Cooles ist, bring ich dir das mit. Aber kein Wort zu Käpt'n Spaßbremse. Ich weiß, Fliss hat Regeln. Aber so ein kleines Andenken aus meinem ersten Wrack wäre schon so richtig cool. Denk an die Kamera. Kein Foto, kein Beweis. Oh, okay. Wir sehen uns alles zusammen an. Was wir auch finden. Wir sehen es uns an und du sagst mir, was es ist. Okay? Krass. Seit wann sagst du krass? Seitdem es halt krass ist. Reiz. So bin ich, wenn ich Jugendsprache benutze. Ich bin total hip und square. Same, same, same. Same, same. So, wir wurden hier rufen. Willst du weiter hier unten schauen? Na lass doch mal unten hier ein bisschen gucken. Auch wenn die da ruft, die muss sich auch mal ein bisschen gedulden. Gut, okay. Ich geh mal hier gucken. Aha, was hat man denn hier schönet? Ein Schrank. Und, nein, ich glaube hier hielt man die falsche Tasse. Oh, Shroud of Incense. Hm, was sind wir da? Dorks. Okay. Dork. Jetzt haben wir hier noch. Ach, wie schön. Ach, ein toller Roman. Okay. Komm, den packen wir gleich wieder zurück. So. Mach zu, das Brett. So, was finden wir hier noch schönet? Warte erst mal anscheinend. Okay. Ich werde gleich mal schnell gehen. Schau. Warte mal. Schade, schade. Ah, hier ist wohl das Örtchen. Ist besetzt. Aber kein Problem für Alex. Der macht einfach in seinen Neoprenanzug. Das ist ja kein Thema für ihn. So, ich würde gerne hier vorne in die Tür noch reingehen. Aber. Ich. Lässt er dich rein? Na, schau. Schlenkert einfach so besoffen rum. Oh, hier haben wir noch. Oh, ein Bild, ein Bild. Was haben wir denn hier? Ist das vielleicht eins dieser Bilder? Oh ja. Was? Okay, was haben wir gerade gesehen? Wir haben Brett auf Toilette oder was auch immer das war gesehen. Und irgendeiner lag am Boden. Okay. So, und wir werden es uns bestimmt noch mal angucken können, was? Irgendwie für diese Vision. Oder? Weiß ich nicht. Nee. Schade. Da müssen wir gut aufpassen jetzt, Benni. Okay. Ich habe jetzt nämlich nur ein Rack gesehen. Die Person da drunter habe ich noch nicht gesehen. Ja, irgendeiner. Und ihm ging es nicht gut. Oh, hier haben wir noch was. Ein Personalausweis. Von El Capitano. Aha. Aha. Okay. Augenfarbe. Der hat der Rückseite eigentlich ein Ausbilder. Das berechtigt. Kurse auf der bezeichneten Kategorie anzuleiten. Genehmigung durch Divemaster Federation. Nee. Verlatschen. Sieht nicht koscher aus. Selbst gemacht er da was. Was ist denn da los? So, da unten liegen noch mal die einlaminierten Regeln. Können wir die auch nehmen? Nee, ne? Ich glaube nicht. Ich kann nur den Ausweis nehmen. Er greift, glaube ich, nur den Ausweis. Das will er nicht. Okay. Also, ich wäre bereit. Na dann, äh... Lass uns tauchen gehen. Okay, let's dive. Also, das ist das Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst, und bereitet es wieder auf. Und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Das ist ja clever. Okay. O2-Check fertig. Die Conny liegt nicht mehr drin, oder was? Oh, oh, oh. Immer mit der Ruhe. Check erstmal dein Urlaub. Ja, anscheinend gehen nur die zwei, oder was? Oh. Oh, was war jetzt? Neckisch, alles tipptopp, oder anerkannt? Ja, anerkannt. Danke erstmal für deine Hilfe. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Aha. Oh ja, echt wirklich. Nehmen, oder was sagt nehmen? Rechts. Rechts. Was ist das denn da? Knüppel? Was ist das? Keine Ahnung. Ab den Bankstick. Das habe ich schon gehört. Der Bankstick. Schon mal benutzt. Gegen Haie? Und vergesst bitte die Regeln nicht. Oh, war es jetzt Julia, oder, oder, oder was ist das denn? Sag schnell. Tick, tack, tick, tack. Äh, ich nehm, ich nehm, ich nehm das Gerät. Scheiß auf Julia. Du filmst, ich sag, wo's lang geht. Machen wir ein Vorherfoto. Aha, okay. Äh, mach mal nicht, Alter. Mach mal nicht. Äh. Oh, die Klubbe, die ist ein bisschen heiß auf dich. Oh. Oh, naja, ich bin ja auch, ne, Frauenheld. Ja, mit deinem Pickel da am Behen. Wir sehen was. Was für ein Pickel, was? Oh, wie? Hab ich gesehen. Ja, das war, als du so schmachtend sagtest du so, oh, no, 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 no. Außerdem hast du ja anscheinend den Bankstick. Ich hab den Banger. Okay, okay, okay. Oha. Willkommen zu Shark Week. Fabi, dass wir so verklemmt ist. Sie tut ja, als wollten wir das Flugzeug plündern. Hey, ein Souvenir wäre cool. Ein klitzekleines Etwas tut doch bestimmt niemandem weh. Das bleibt nicht zu der Hände. Naja, kommt drauf an wie klitzeklein, ne? Das Wrack wird ja auch nicht täglich überprüft. Da. Diese Form. Das muss es sein. Das ist ja viel größer, als ich dachte. Scheiße. Also wenn diese Dinge Atomwaffen mit sich transportieren konnten, sie hatten die Möglichkeit, welche zu bewegen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, dass welche dabei sind. Wahrscheinlich dafür hätte ich riesen Respekt, wenn ich da so einen Wrack finde und dann sagt der mir so, ja, da wurden rund so Waffen transportiert. Kleines Bier mit dem ersten Offizier. Du bist nicht mein erster Offizier. Zweiter Offizier. Nein. Alles fit, Chefsjunge? Immer noch nein. Dein spendabler, gutaussehender Kunde bittet darum, ein goldenes, kühles Gebräu mit mir genießen zu dürfen. Okay, ich spür mal, ich spür mal Fliss. Entspannt, klar, warum nicht missbilligend? Nein, ich muss mich konzentrieren. Da bin ich straight. Ich muss mich auf deine Freunde konzentrieren. Ja, so ist es. Und du machst dann Conny. Genau. Selbstsicher. Fragt eine Lady nie nach Geld oder kleinlaut, lange Geschichte. Ich mach mal. Selbstsicher. Du weißt, dass man eine Lady nie nach Geld fragt? Okay. Wie sich die Frauen gehört. Ich kaufe mir nur bald selbst ein Boot und dachte, du hast vielleicht Tipps für mich. Oh, klar. Gleichgültig. Ich hab zu viel um die Ohren. Beeindruckt. War mein Vergnügen. Da sagt doch... Ich hab gerade ziemlich viel um die Ohren. Aber hab ich das ausgemacht? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei, ei. Ei, ei. Das war wohl... ...ne Abfuhr. Epischer Natur. So, okay. Dann gucken wir hier nochmal. Machen wir wieder an das Ding. Alex hat's ja ausgemacht. Ja, bei der Absicht. Piep. Wetter ist gut. Wow. Wetter ist gut. Okay. Dann lassen wir den Knüppel mal an hier. Wir schauen mal, was wir noch tun können. So. Okay, ist so ein bisschen blurry gerade, wenn man es... ...gegens Licht sieht. Okay. Sie kann sich das... Musst du sich das auch noch angucken? Oder... Ich kann es aber machen. Also vielleicht siehst du ja die Person da drauf. Das sind andere Bilder. Ne, das sind doch nicht andere Bilder. Die gleichen. Ey, Koffer... Guck mal, dieser Stein. Der sieht... Ne? Und da. Irgendwie der Abhang. Kann ich irgendwie... Achso, andere Richtung noch machen. Ah, man kann auch schneller durchskippen. Okay, aber es scheinen immer die gleichen zu sein. Ah, sind immer die gleichen. Schade eigentlich. Schade. Also warum sollten es jetzt auch andere sein? So. Ach, das sieht schon cool aus. Oh, was haben wir denn da? Was da? Oh, können wir nochmal schnell ins Wasser springen? Dann soll ich mal eine Knöppe. Duke und Alex. Duke und Julia. Kein Funk? Ähm, wie das war's? Sie probiert es einmal und dann hört sie auf damit, oder was? Ja, das reicht doch. So, nochmal schnell die Boxen aufnehmen. So, mal gucken, ob wir schon Heilflossen sehen. So, das ist doch so ein schöner... Super da draußen, wa? So, die Wolken sehen eigentlich nach gut Wetter aus, aber hier hinten so. Ja, das sieht eher so nach... Das sieht halt sehr diesig aus. Ja, das sieht aber so Regensturm. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Hat aber wirklich ein sehr, sehr knappes Füßchen an. Also, nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte. Müssen wir vielleicht noch mehr... War nur eine Feststellung. Haha, wir sehen. So. Hey, alles senkrecht? Äh, bestimmt. Wir haben die Tau entspannt. Genießt du die Ostzeit? Du scheinst deine Ostzeit ja in vollen Zügen zu genießen. Ich habe viele Talente. Ach, kurz mich jetzt schon neckisch. Charme gehört nicht dazu. Blöderweise gehört Charme nicht dazu. Ah, mein Charme ist wie ein Boomerang. Er ist daneben und erwisch dich dann von hinten. Du bist platt. Was für ein Unsinn. Zögerlich. Romantisch. Auf gar keinen Fall romantisch mit dem Typen, Alter. Tritt mal fester auf die Bremse, Junge. Hey, die langsame Tour ist auch mit. Schön langsam. Ich muss sagen, irgendwie gefällt mir seine Sprüche. So, guck mal, was Brad macht. Leider der Spruch mit dem Boomerang, äh, der war, ach, der war schön. Der hat mir gefallen. So, genau. Guck erstmal hier, so wie es hier aussieht, Freunde. Oh, warte mal hier vorne, war aber zum, zum Graveln. Ah. Und. Rechter Stick. Ja, ja. Aber man musste gerade in Richtung der Schublade drücken, was irgendwie wohl ist. Ich mach's mal nochmal. Ich mach's mal nochmal. Ja, das Spiel ist bestrafend, Alter. Ist sofort abgebrochen, das ganze Ding. Also, du musst die ganze Zeit jetzt die A-Taste drückt halten. Die ist eigentlich besser. Ah, okay. Felicite Dubio. Äh, Duff Avenue, Santara, bababababa, und so weiter, und so weiter. Kommt doch nochmal, und so. Sehr geehrte Frau, the boy, oder, de, de bieu? Äh. Mit diesem Schreiben weisen wir sie formell darauf hin, dass sie mit der Tilgung ihrer persönlichen Darlehens im Rückstand sind. Die Restschuld beträgt gegenwärtig 24.783 Dollar. Am 01.08.2019 war eine Tilgungsrate in der Höhe von 3.481 Dollar fällig. Dieser Betrag ist seitdem überfällig. Sie haben mehrere Zahlungsaufforderungen wie Gesprächsangebote hinsichtlich einer Umschuldung ignoriert. Sollte der fällige Betrag, 3.481 Dollar, nicht am 30.08.2019 bei uns eingehen, sehen wir uns gezwungen, die Zwangsversteigerung ihres Sicherungsobjekts, der Motorjagd Duke of Milan, zu beantragen. Bitte handeln Sie dementsprechend. Mit freundlichen Grüßen, Charles Surin, Kundenberater. Oh je, alles klar, also wir stecken ganz schön in einer finanziellen Miss- oder Schieflage, nenn ich's mal vorsichtig. Äh, hei, hei, hei. Sollten wir vielleicht doch uns nochmal ein bisschen da oben mit dem Knirsch unterhalten. Uh, also, ne? Da, da ist er, ja. Oh, oh. Piraten? Oh shit. Da vorn, ein Boot. Ach du Scheiße. Das könnte jetzt böse werden. Was wollen Sie? Äh. Kein Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Wow. Äh, besorgt. Das ist... komisch. Sei einfach still und sag nichts Dummes, okay? Oh toll. Aber das kann er bestimmt gut. Das war ein Dick, nu. Rütend. Oder? Ne, besorgt. Nicht so nah ran, Leute. Wir haben Taucher im Wasser. Wie weg sind sie? Was? Was war das denn jetzt für eine Aktion? Ey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann. Ist kein Problem. Was meinst du, würden, äh, 10 Mäuse reichen? Oh, oh. Oh, meinst du doch, er hat 30? Kriege ich noch hin? Okay, Jungs, ihr könnt echt gut feilschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Das war... Nicht sehr clever. Hm. Ich glaube, das war nicht gut. Achso, das hätte er vielleicht... Findet er... Definitiv nicht machen sollen. So, ei, ei, ei. Ist da noch jemand an Bord? Was bewegt sich denn da? Na, ne Leiche. Oh, mein Kopfschuss? Hey. Da war da noch ein Kopf. Ja, ja. Achso, na ja, klar. Vom Himmel hin geschossen wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Oh, das... Oh, das sieht nicht gut aus. Nee. Also, da... Au, au, ah, das sieht doch schon nach... Ah. Mach es nicht. Oh. Nein! Quick-Time-Event. Aufpassen, Freundchen. Ja. Tja, und Gott sei Dank sind ja Haie im Wasser. Toll. Ah, wir spielen jetzt Julia. Ich will so was kurz anmerken. Heilige Scheiße, Alex, wir haben es geschafft. Es war auch unglaublich. Oh, ein Bild, noch ein Bild. Pass auf. Julia, jetzt nicht gut. Wegen Gründe. So, okay. Das war das Bild da unten. Ist schon cool gemacht, aber ich könnte mich ein bisschen erinnern, dass ich den Quick-Time-Event gerade verschnuselt habe irgendwie. Ja, dadurch wird Julia jetzt sterben. Was, was sag ich dir? Ich jetzt? Nein, keine Ahnung. Was ist das? Oh, was ist das? Oh. Oh. Oh, was, 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 sag mal. Äh, äh, äh. Was willst du tun? Mal schnell. Besorgt. Ist vielleicht zu gefährlich. Also, ich würde da nicht rein. Okay, doch nochmal. Scheiße. Ich werde es riskieren. Ja. Nein. Nein. Ich übernehme keine Verantwortung, wenn Julia stirbt. So. Ich wusste jetzt nicht, dass sie dann... Ah. Ah, ich drück mal auf Ah. Ja, komm. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ganz uncool. Das ist, wenn der Spieler, der sich einfach über mich im Wechsel ist. Komm. Oh, nee. Oh, nee. Total uncool. Total uncool, Alter. Ich bin scheiß Playstation-Pet gewohnt. Was ist der Y, Mann? Alter, was ist denn los? Naja. Oh, oh. Zum Glück war noch Alex da. Ja, wirklich zum Glück. Ey, wie gesagt, Xbox-Controller. Wenn da steht X, drück ich den Untersuchstoff. Ist der ich... Kein Scheiß hier unten, nur das ist aus. Keine Chance. Kapier. Jetzt sagst du. Jetzt sagst du. Du machst irgendwas. Ach, jetzt bin ich... Ja, ne, sag. Okay, warte mal. Sag... So, wo muss ich jetzt A drücken? Ja, ey, ey, aber sorry. Ich wusste jetzt nicht, dass sie dann sagt, so, nö, A schlägt mal trotzdem. Darf ich hier drücken? Ja, ja. Sie kannst du drücken. So, was haben wir denn da? Schöne Faktistenwitter. Oha. Oha. Das ist aber ein schönes Projektil. Eieieieieiei. Ein Schusslecker. Der ganze Rumpf durchsieht. Brad flippt noch aus, wenn er das sieht. Nimm's doch mit für ihn. Genau. Ein schönes Souvenir. Aber es sieht auch sehr smooth und sehr geil aus, irgendwie. Sag mal, da. Sieh mal. Im Bombengestell hängen Rettungsboote. Interessant. Äh. Ah, okay. Eins von den Rettungsbooten fehlt. Ob sie's benutzt haben? Mal sehen, was es sonst noch gibt. Klick, klick. Also, liebe Leute, ey, wirklich. Tut mir ganz so leid, aber ich seh schwarz bei den Quicktime-Events hier. Also. Ich leider auch. Oh, no. Er hält das fest. Was hast du erwartet? Oh, Medaillon. Oder ist es? Oh, seine Frau und seine Liebte. Was ist der zweite, bitte? Ich seh nicht. Ein Kind? Man kann sich sehen. Vielleicht Frau und Tochter oder Frau und Mutter? Ja, das ist, das ist vielleicht. Ich denke mal, seine Frau und sein Kind. Aber das lässt sie da. Das ist wirklich gut. Ich denke, sie wussten um ihr Ende. So, kann ich ihn jetzt nochmal grobeln? Okay, alles klar. Wiederholt einfach bloß. So, kann man sich hier noch ein bisschen umsehen? Oh, das sieht so cool aus irgendwie. Wie er so rumschwimmt. So, was machst du? Erlinks, was machst du hier? Was ist da? Was ist das für oben? Ach, dafür hat er den Stick dabei? Kein so. Ui. Okay. Oh, oh. Warum hat er eine Waffe in der Hand? Und umsehen willst du nicht, oder wird? Was holst du jetzt? Oh, krass. Oh! 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 Und ja, schön rein in den Neoprenanzug, Alter. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich habe es gerade nicht. Ja, das sieht nicht nur aus. Oh, okay. Es ist quasi jetzt zeitgleich oben, wo das Boot das Lass gerammt hat. Na toll. Oh, jetzt geht es doch los. Wieder Quicktime Events. Oh, no. Ich sehe es doch schon. What? Oh, krass, Alex. Das ist ein grauer Riffhall. Kein Interesse an uns. Komm schon. Aber der weiße da unten. Der finde ich nicht gut. Oh, okay. Ach, das ist der richtige Zeitpunkt, aber... Ich... War mir auch nicht ganz sicher. Deswegen. Kann sich da schon richtig... Sicher sein. Ist das in Ernst? Really, Alter. Unter Wasser sieht man schlecht, aber... Ich knie vor dir. Julia, willst du mich heiraten? Na? Oh, 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 oh. Ich... Oh, Mist. Sorry, Alex. Ich habe nicht... Ich wollte... Ihr seid fast gestorben. Julia, ernsthaft. Ja, komm. Alex, wow. Das gibt ja eine Story. Mit Happy End? Ja. Ja, kann man nicht dich heiraten? Und jetzt kommt der Hai. Boom. Das wäre es ja. Sharknado. Okay, starker Held. Wollen wir jetzt aus dieser nassen Todesfalle fliehen? Fliss? Hier, Julia. Wir kommen rauf. Over. Mach mal nicht. Mach mal... Und jetzt nicht aufgefahren in das zweite Boot. Wo kommt das andere Boot her? Vor allen Dingen... Was ist da oben passiert? Nachdem er seinen Money Drop gemacht hat. Julia, hier ist die Dekompression. Wo? Hey, Scheiße. Was zum Teufel? Wir müssen da rauf. Warte, die Dekompression. Wir haben hier sehen, das Bild vorhin. Hier ging es nicht gut. Wir müssen auf die Dekompression achten. Deswegen meins. Okay. Stimmt, das kann sein. Oh mein Gott, das dauert ja ewig. Das ist der Folter. Noch ein paar Sekunden. Okay, jetzt. Los, los. Ach, die haben hier grillt. Schön. Was ist hier los? Was war denn los? Alles cool, Mann. Alles wieder am Lot. Jetzt ernsthaft? Echt jetzt? Oh, gar nichts. Dein Bruder hat einfach meinen Grill in die Luft gejagt. Conrad, bist du bescheuert? Was war mit dem anderen Boot? Diese Fischer sind voll in die Tauchleine gekracht. Den juckt's. Ist doch egal. Mich interessiert, was ihr gefunden habt. Tja, das Flugzeug. Es ist riesig. Voll mit coolem Zeug. Oh mein Gott, Leute. Könnt ihr mal alle eine Sekunde still sein? Alter, hängt doch da nicht die ganze Zeit im Wasser. Ey, doch mal raus. Alter, Glückwunsch. Das ist jetzt der Einzelne, der jetzt denkt, dass von unten irgendwie noch ein Hai kommt. Ja. Scheint so. Scheint so. Szene zu Ende. Noch nicht mal der Kapitän sagt, kommt mal jetzt raus hier. Wo? Haben wir das richtig gemacht? Da ist jetzt noch keiner gestorben. Sie lernen wohl diese unerschütterlichen Abenteurer kennen. Alex und sein kleiner Bruder Brad wolle mit den großen Fischen schwimmen. Und beide haben Angst vor der Tiefe. Was? Und Julia. Die große Liebe von Alex. Ja. Und sie fühlt ebenso. Was ist mit Conrad? Ein Draufgänger, könnte man sagen. Oder vielleicht eher arrogant. Und dann ist da Captain Fliss. Stark, direkt und stur. Hat es etwa gefunkt zwischen ihr und Conrad? Nee. Ich versichere Ihnen. Sie halfen Ihnen, Entscheidungen zu treffen, die Sie später schätzen werden. Gute Arbeit. Oh. Wir wurden gelobt. Was übernachten wir auf Meer? Ja, dann wird es uns machen. Wir sind ja arschweit draußen. Also, wir waren gerade erst dem sicheren Tod entkommen und... Naja, so sicher war es nun auch nicht. Und dieser Kloppskopf... Kloppskopf? Dieser Kloppskopf holt einen Ring von wer weiß woher. Genau. Wo war der Ring eigentlich? Ein Gentleman... Dieser Lady war beeindruckend. Gut gemacht, Bro. Wollte Conrad nicht erst Fliss helfen und dann mehr Bier holen? Vielleicht hat er gedacht, hey, ich trinke mal eins und wurde betrunken. Und er hat uns vergessen und weiter getrunken. Und weiter getrunken und dann war alles weg. Klingt, als hättest du Erfahrung mit dieser Art Phänomen. Genau, so geht das schon seit Jahren. Ich such ihn mal. Oh, da steckt da ein Geschoss im Flugzeug. Es ist unter Deck, wenn du mal gucken willst. Er flippt doch total aus. Zukünftige Mrs. Julia Smith, wie klingt das für dich? Julia Smith? Naja, komm. Ganz ehrlich, ich wusste es vorher nicht genau. Aber jetzt, wo ich es höre, klingt es echt gut. Tja, wir sollten dann wohl mal über die Hochzeit reden. Was? Jetzt schon? Sentimental. Planen wir alles zusammen? Na, das klingt doch gut. Ich hab aufgepasst. Ich kann's kaum erwarten, dass wir alles planen. Ich hatte Angst, du sagst nein. Äh, natürlich. Natürlich hätte ich ja gesagt, du Trottel. Ja, zum Glück. Als du ja gesagt hast, hab ich schon unsere ganze Zukunft deutlich vor uns gesehen. Felix ist aber auch so ein bisschen so ein schlumpfer Typ. schwärmerisch, neckisch. Äh, ja komm. Ich liebe dich, Alex. Ihr habt sogar Beunungsstreifen hinten am Rücken. Wo sind alle hin? Das muss doch richtig gefeiert werden. Ich such sie. Entspann dich. Hey, mein Bruder gesehen? Oder Fliss? Äh, nein. Ich war abgelenkt. Hol mir die. Baumschukowakwawa. Meinste? Baumschukowakwawa. Baumschukowakwawa. Oh. Wie der Wierp. Ha 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 ha. Äh, schämisch. Küstenwache, die Küstenwache ist hier. Was? Lasst euer Mett verschwinden. Wir müssen schnell das Mett loswerden. Lebendig kriegen die uns nicht. Was zum Teufel? Oh, wie geht's? Oh, Mann. Wie? Oh. Im Ernst, das kannst du echt nicht bringen, Julia. Ach ja, das Bier. Wollte ich gerade holen. Das Bier. Tja, der Charme. Der Bumerang-Charme kam. So. So nämlich. Also, wie ich das sehe, spiele ich jetzt hier. Ich spiele jetzt einen Dom, eine Starke und eine Dumme. Wieso? Du spielst doch Brad? Naja. Julia? Brad ist halt der Shy Guy und Julia. Ich weiß nicht, ich kann mich jetzt auch unabhängen, aber es kommt mir bis jetzt so ein bisschen, na, ich sag mal eher so ein bisschen, einfältig vielleicht vor. Ja, okay. Das kann gut sein. Also, weil ich sie halt auch so entscheiden lasse. So, es ist schön die GoPro. Hier, Black, wie ich sehe. Wunderbar. Oh, guck mal, wir können. Spüpp. Oh, wie schön. Oh, jetzt können wir die Fotos durchgehen. Vielleicht haben wir ja da noch einen Hinweis. Meinst du? Vielleicht gibt es da noch irgendwas, was uns so nicht aufgefallen ist. Seenotrettung. Seenotrettung? Cornwind Island. Okay. Ich weiß, jemand hat versucht, äh, zu retten. Okay. Sie ist so einfältig. Sie war abgelenkt. Dass ich mich auf die einfachsten Sachen konzentrieren kann. Ah, da ist mir jetzt unwohl bei. Schön langsam. Wir müssen zurück. Warum? Genau, hier. Und er knüppelt sich ein wie nach dem anderen Bein. Oh, Brett sagt immer noch nee. Danke. Und er hat sich mal keinen Widerstand. Okay, Leute. Hört mal her. Manchurei Gold. Wer hat Lust, ein paar Schätze zu heben? Also, Käpt'n? Koordinaten? Ja, das sind Koordinaten. Vielleicht das Ziel des Flugzeugs? Glaubst du, wir kommen bis morgen dahin? Dauert ein paar Stunden, wenn das Wetter so bleibt. Wow. Habt ihr noch mehr? Das Flugzeug wurde wohl abgeschossen. Das war ja übersät mit Einschusslöchern. Ich hab ne Kugel im Rumpf gefunden. Und es war voller Rettungsflöße. Wurde wohl abgeschossen, bevor sie die abwerfen konnten. Hat nur eins gefehlt. Leichtsinnig, alle zusammen. Wie bitte? Ich habe euch gesagt, ihr sollt alles da unten lassen. Ach komm schon, das haben wir doch schon durch. Mir geht's nicht ums Gesetz. Nein, hey. Sie waren respektvoll. Nein, ihr habt getan, was ihr wolltet. Was ihr auch habt. Ihr habt zu viel. Uh. Äh, zerknirscht. Ach komm, der hat das recht. Hast recht. Wir waren unvorsichtig. So bin ich nicht. Sorry. Ich spiele sie mal als so eine kleine Opportunistin. Vielleicht. Ich kenn dich nicht. Ihr hättet überhaupt nie zu diesem Flugzeug runtergehen sollen. Das bringt Pech. Ihr meint, ihr könnt da unten alles ohne Folgen plündern. Aber jedes einzelne Teil, das ihr mitbringt, hat eine Seele. Es ist wie ein Geist, den ihr nach oben einladet. Schon wieder. So hab ich dir darüber nachgedacht. Du denkst nie über irgendwas groß nach. Na, hab auch noch nie so coole Geistergeschichten gehört. Das sind keine coolen Geistergeschichten. Das ist kein Spaß. Leute sind ertrunken und ihr müsst ihre letzte Ruhe respektieren. Genau. Hat sie recht. Brad. Kennst du eine Gruselstory? Äh, was gerade einen gehört. Ich hab was gehört. Das hier irgendwo passiert ist. Lass mal hören. Wir können was Gruseliges brauchen. Unterstützend. Skeptisch. Raus damit. Dein Siemannsgarn ist bestimmt gut. Die ist aber echt krank irgendwie. Jetzt provoziert das aber auch. Und sagst, Brüderchen. Okay. Los geht's. Eine wahre Geschichte, die genau hier passiert ist. In einem alten Leuchtturm. Klassisches Szenario. Warte. Sie soll wahr sein? Wo hast du sie her? Aachen. Kommt ein Typ in die Küche und quatscht eine Frau an. Warum liegt denn da Stroh? Hahaha. Bei den Docks habe ich einen steinalen Mann getroffen. Haut wie Leder, Augenklappe, Holzbein, die ganze Palette. Für einen Dollar erzählte er mir alles. Okay. Es geht los. Der Leuchtturm stand auf einem Atoll, isoliert vom Rest der Welt. Ein einsames Licht in der Nacht. Zuflucht der Matrosen. Der Leuchtturmwärter hörte die Wellen aufs Ufer schlagend. Eines nebenlegen Morgens trifft er eine Frau. Sie ist voller Blut und stolpert den Strand entlang. Er eilt ihr zu Hilfe und sie fällt schlurzend in seine Arme. Während er sie eilig zum Leuchtturm bringt, fragt er sie, wo sie herkommt. Er verschwendet keine Zeit. Lässig. Tch. Der Typ, ey. Ja. Die Frau sagt, ich wohne hier, im Leuchtturm. Meine Eltern sind gerade oben. Bindung. Natürlich sagt der Leuchtturmwärter, das kann nicht sein. Er lebt seit Jahren allein. Und die Frau wird hysterisch und schwört, ihre Eltern seien oben. Also gehen sie nach oben und da, verteilt auf dem Boden, liegen ein Mann und eine Frau, brutal ermordet mit einer Axt. Immer eine Axt? Ich meine, wer benutzt denn heute noch Äxte? Okay, gut. Dann war es ein Fleischhaken. Sie wurden damit aufgeschlitzt und an den Sparren gehängt. Da war es ein Fleischhaken. Moment, du änderst die Mordwaffe? Ich dachte, das ist eine wahre Geschichte. Da war viel Blut. Ein Gemetzel. Wer weiß schon, wie sie starben. Okay, also... Wer war es? Also, die Frau, immer noch hysterisch, sagt, ihr Ehemann war es. Und er ist noch da. Im Wandschrank. Haha, der Ehemann, was? Soll das eine Warnung an zukünftige Beute sein? Hey, keine Rückzieher. Du bist verlobt. Der Leuchtturmwärter kriecht rüber zum Schrank, öffnet die Tür und da ist ein Mann im Schrank. Aber er hat sich die Eingeweide mit dem Fleischhaken herausgerissen. Voller Entsetzen geht er hin und betrachtet das Gesicht des Toten. Näher. Näher. Und er sieht sein eigenes Gesicht. Nein! Schöner Effekt. Ja. Ah, sie will noch keinen Spaß. Denn gemäß den Standardschiffsregeln müssen wir noch ein Bier trinken, bevor es in die Heuern geht. Was für Regeln sind das denn? Das sind die Standardregeln des Institutionsprotokolls unter Division 1099. Aha. Wo hast du das gelesen? Im Internet. Oh, also sagt dir eine Website, dass du unter allen Umständen Bier trinken musst? So sieht es aus. Ich habe genug Befehle, man. Mir gefällt diese Website. Roger, mein Freund. Ich bin raus. Alter. Ich sage ja, ich finde den Conrad gar nicht so schlimm. Gibt es da so leichte Ähnlichkeiten? Minimal vielleicht. Minimal. Oh, Conrad. Oh, shit, Alter. Ich wollte gerade sagen, es ist mein Part, aber das sieht ja jetzt gerade nicht so geil aus. Oh, scheiße. Sind das die Fischer von vorhin? Also es waren drei und auf dem Boot waren auch drei. Ich würde sagen, ja. Ach du scheiße. Quick, nein! Nein, der ist doch nicht. Oh, scheiße. Mach, nee, mach mal nicht, Alter. Mach mal. Oh, Gott. Ja, das ist der Fischer. Oh, Mann. Und seine Kumpels. Dein Eugier, Willy. The Money in the Bank. Ja. Was passiert nun? Äh, ich entknebel rechts, rechts, rechts hier. Alex will ich entknebel. Hm. All right, let's go. Hm. Warum bleibt sie nicht gleich stehen? Dann knnebeln noch, noch, noch die, die Dame hier. Hm. Ich hätte es nämlich gedacht, so von wegen, wenn sie stehen bleiben, dann könnte man doch mit den, mit den Zähnen versuchen, die Handdinger, weißt du, so kaputt zu machen. Dann hast du die Hände wenigstens frei. Ja, also versteht es auch nicht, warum. Einfach jetzt nur der Knebel ab. Und wo ist Julia? Und Brad? Da ist Julia. Ja, Julia, hier, guck mal. Der Brad fehlt noch, stimmt. Julia, alles okay? Ich glaube schon. Hm. Nicht gut. Nicht gut. Nein. Bin fast frei. Ey, die Einzige, die sich da irgendwie ein bisschen befreien kann, ja? Oder was? Hey, also, schlechte Neuigkeiten. Wie bitte? Das kann doch schlechter werden. Ja, also das sind vielleicht die Fischer, die ich etwas aufgezogen habe. Oh, verdammt, Conrad. Doch gute Neuigkeiten. Großartig. Ach, ich habe sie erkannt. Wieso ist das gut? Ich dachte, du fragst erst nach guten Neuigkeiten. Du bist so ein Idiot. Himmel. Hey. Alice, was werden die uns antun? Ich will es nicht mal wissen. Ich will hier raus. Wir sind in großer Gefahr. Na? Äh, äh, losmachen. Leute, wir müssen uns losmachen. Sofort. Das bringt mir das Erkunden. Ich will erst mal hier los. Los. Scheiße, das klappt nicht. Los doch. Was schluch. Ich komme später. Ich muss mal ganz kurz sagen. Applaus. Niemand weiß, dass ihr hier seid, deine Lady. Quick-Termy-Wend geschafft. Machen wir das Beste draus. Du kannst mich mal kreuzweise, du Stück Scheiße. Du hast sie gehört. Meier hat sie. Mal gucken, ob er Nehmer-Qualitäten hat. Hm. Sieht nicht so aus. Und? Oh, du weißt, wie man eine Lady... Oh ja. So behandelt man eine Lady. Oh. Lass uns noch mal ein bisschen provozieren. Dann müssen wir noch mal ein bisschen weiterhennen. Oh. Na, vielleicht jetzt noch nicht mehr. Oh shit. Langsam. Ruhig. Na? Und? Ähm. Ich sag mal nicht sagen. Nichts sagen? Ja, ich finde, beide Sachen finde ich nicht schön. Bitte hör auf, würde ich nicht sagen wollen. Fick dich, würde ich aber auch nicht sagen wollen. Wir beenden das später. Ah? Wir beenden das später. Auch ab und zu ist vielleicht mal nichts sagen gar nicht so verkehrt. Schwein ins Gold. Aber wo ist Brad? Zeig dich auf deiner besten Seite, kleiner Mann. Äh, entgegenkommt, was? Entgegenkommt? Okay, ja, okay. Okay. Oh, guck mal, ein halbes Schild. Julia, sie kommen zurück. Alter, fragt dich mal, irgendeiner, wo dein Bruder ist, Junge? Das ist Brad. Ah, Brad ist aufs Klo. Oder? Ist er das wirklich? Meinst du? Naja, wir hatten noch von dieser Vision, wo er auf Klo war. Und irgendeiner lag am Boden. Oh, shit. Oh, shit. Oh, himmel, Conrad. Halt! Halt da! Alex! Aufhören! Lass sie los! Hier, Bastarde! Hey! Der hat... Schwarkopf! Halt die Scheißfresse! Sie werden sie nicht schlagen. Haben sie Fliss auch nicht? Fliss scheint schon ziemlich dicke mit ihnen zu sein. Oh, so. Wo ist denn mein Bruder? Ach, guck mal. Und? Ich hoffe, er ist okay. Ich weiß nicht. Er ist bestimmt okay. Okay. Dreh dich um. Versteck deine Hände. Wenn wir Julia haben, können wir sie vielleicht überraschen. Okay. Sie kommen. Nein, verdammter Mist! War da gerade ein Typ in den Anzug? Ja, ich dachte, oh, kratz. Der Kurator? Ja. Ist du okay? Was war los? Alles gut. Sie haben nichts gemacht. Sie haben nach unseren Eltern gefragt. Was? Wie viel Geld sie haben. Ah. Weil er so mit dem Mann hier rumgeworfen hat. Hey. Schon gut. Schon gut. Nein, Mann. Wehrt euch. Ihr habt immer eine Nagelschere. Geht in den Angriff über. Und wo ist eigentlich Brad? Ah. Zählt in 20er-Schritt. Der Sturm ist 8 Meilen weg. Sie kamen auf ein Boot. Nehmen wir das doch. Ja. Das ist ein Schnellboot. Der Cheftyp, der hat eine Knarre. Vielleicht schafft es einer von uns zum Boot. Hilfe holen. Streitlustig. Weil du sie auch immer so gut timen kannst. Und dann? Was willst du machen willst? Willst du töten? Was willst du machen? Irgendwie. Die hauen doch nicht einfach ab. Nur weil du willst eine Pistole. Es kommen wieder. Mit noch mehr Pistolen. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Was war denn das für eine Reaktion von dir? Ich hab gedrückt. Bei 7. Ich hab gedrückt. Da kommt sie. Ich mach das mal hier für euch. Geht zur anderen Seite. Greifen wir an. Ja. Oh. Na wot denn? Na wot denn? Ganz ruhig. Ganz ruhig. Bitte. Bitte nicht verkacken. Du kannst mich mal. Kann ich jetzt. Das ist Messer. Ich kann das Messer greifen. Messer. Quicktime Event. Verkackt. Toll. Verkackt. Nochmal Quicktime Event verkackt. Nice. Wir sterben. Danke. Du bist echt blöde. Du bist... Schatze. Ja, das lief so semi. Kann ich das nicht mit einem Playstation-Patch spielen? Okay, okay, okay. Konzentrier dich. Vielleicht kommt bestimmt noch mal ein Quicktime Event. Da drüben. Der Asiater hat nur noch nicht gesagt. Französisch. Mal schon. Komm her. Wer erzählt mir denn jetzt von diesem... ...Monschurei-Kult? ...Monschurei-Kult? Der ist... ...Monschurei-Kult? 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 Fliss hat den Mund immer so offen. Uh, Fliss ist dran. Fliss ist dran. Hey, Conrad. Du hast das versucht. Okay, jetzt haltet die Fresse! Ich bin ja kratzbürstig. Mach mal halblang mit dem Gangster-Getue. Ich glaube, du verstehst nicht ganz, wie schlimm deine Situation ist. Süße. Ich sag, wie sie ist. Süße. Fliss muss damit zu tun haben. Sie und diese Typen stecken noch unter einer Decke. Sie ist der Käpt'n und sie rühren sie kaum an. Sie hat ihnen vom Manchureigold erzählt. Sie hängt da mit drin. Was ist er denn für ein Traitor? Ich kann das jetzt kaum glauben. Ich hab echt alles verloren. Und das kommt dir in den Sinn? Ihr macht gemeinsame Sache. Du hast uns in die Falle gelockt. Hey, Harschloch! Halt die Klappe! Du sicher nicht! Dich dreht ein bisschen durch, wa? Verzeiht uns bitte, wenn wir dabei sterben, wegen Quicktime-Events. Du! Tut mir leid. Ja, also, das Szenario besteht, dass auch einfach alle sterben. Mach was selber, sag mal, willst du? Du kannst kein Funkgerät benutzen, oder was? Vielleicht darf er die Küstenwache nicht anfunken, oder so. Ah, scheiße. Schwierig. Sie trifft sie wohl ziemlich hart, sollte aber in einer Stunde bei Ihnen durch sein. Sie klingen gestresst, Duke. Brauchen Sie eventuell Hilfe, sonst kriegen Sie bei Sturm keine Panik. Ja, ne, wird's jetzt... Ja, äh, okay, alles okay hier. Selbstwörfer lehnen jetzt Bescheid sagen, die sind noch niemals rechtzeitig da. Also... Ja, ist wichtig. Könnte das ein geheimer Code... ...gewesen sein? Ha, 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 ha. Alles geht besser, wenn wir einander helfen. Das weißt du. Oder? Ganz toll, ja. Schön. Oh, oh. Jetzt kommt die Monsterwelle. Was? 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 Okay, ja. Einfach weg damit! Shit, ey. Äh... Helfen. Mann, Alter, es kann doch nicht wahr sein. Diese Rotze. Ey, probiert ja auch nicht mehr erst. Bist du fit mit dem Xbox-Pad? Ja. Na, wenn nicht, muss Benni weiterspielen. Ansonsten sind wir tot für alle. Tot für alle. Ach, ja. Guck mal. Ja, die Quatsch haben wir doch noch rein. Jetzt kommen sie endlich mal, ne? So sieht's mal aus. Oh, er hat auch schon einen krassen Blick drauf. Was? Kommt klar. Und es ist sicher besser für uns, wenn er dort bleibt. Was? Dass er auch unter Deck quasi draufgekammt, ist ihm auch klar, oder? Oh, oh. Die Blickperl. Krass. Halt. Hallo. Der kann nie, der war der kann nie. Stimmt. Ich glaube, unser Schiff überlebt er nicht. Scheiße. Alle sind noch am Leben. Das hätte auch anders kommen können. Ja. Ja. Wir mussten ja irgendwie da landen. Also, seine Reaktion zeigt mir genauso wie meine Reaktion wahrscheinlich von den Zuschauern auch. Quicktime Events. Gut herzig, wie ich nun einmal bin. Super. Möchte ich Sie auf das vorbereiten, was Ihnen bevorsteht. Okay. Gespannt? Ja. Oh, na? Okay, dann suchen wir doch beim Baden nach Inspiration. Mein Baden. Der Kaufmann von Venedig, Akt 2, Szene 7. Der Prinz von Marokko holt eine Schriftrolle aus dem Auge eines Schädels und liest. Alles ist nicht Gold, was gleist, wie man oft euch unterweist. Jedenfalls haben Sie nun einen Punkt höchster Verzweiflung. Erreicht. Und möchten unbedingt zu Ihrer Geschichte zurückkehren. Aber eines noch. Es ist vielleicht nicht alles, wie es scheint. Na denn? Das ist gut, mein Freund. Ah. Hm. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Aber da kommst du halt so von außen, glaube ich gerne hier so ran. Rinn, besser gesagt, ne? Meike ich nicht, oder? Er ist Junior. Was ist das denn? Ich konnte es jetzt nicht erkennen, irgendwie. Wahrscheinlich im Sprengsatz oder irgendwas. Los. Los. Ach, das war die Zündspule von dem Motor. Ah, so. Fixer, Alter. Da muss nur so richtig Spaß machen, um so einen Rostchen-Dampfer-Barfuß rumzuklettern, Alter. Hm. Fetanus, Juri. Ja, Merde. Ja, Merde. Was ist das denn? Meoniuda. Oh mein Gott. Nö, echt nicht. Okay, wir sind immer noch Conrad. Okay. Der ist schon davor so performt. Der ist sexy? Kann ich das nehmen? Nimm kein böses Klemmbrett. Könnte ich schon mehr. Er kann es nicht. Das ist ja keine Waffe. Doch nicht die Skills für den Quick-Tank. Das Ding ist eine schwimmende Todesfalle. Ja, davon kannst du aber aussehen. Das ist eine schwimmende Blutvergiftung. Finde ich barfuß, man will sehen. Ist dir eigentlich vorhin immer aufgefallen, dass der Kurator eventuell in seinem Spruch da mehrere Hinweise gegeben hat? Ja, aber Schriftrolle im Auge und es ist nicht alles Gold, was glänzt, oder? Ja, was gleist. Tose! Das, naja. Ich weiß nicht, ob das ein Übersetzungsfehler war oder ob das Absicht ist. Ja, das kann schon Absicht sein. Irgendwie, ich dachte, dass das vielleicht etwas besonderes ist. Bitte? Okay. Auf sowas hier hätte ich gern verzichtet. Irgendetwas stimmt hier überhaupt nicht. Stehen echt alle Haare zu Berge. Ja, na, na, ja. Wieder rennen. Los. Das ist ganz schön duster, Leute. Ich hoffe, für euch geht das. Kannst du ja nix anklicken, also nix angucken? Da hat's nix aufgeploppt, irgendwie. Kann ich ja auch gucken, was schaust du hier? Gibt's hier was Tolles? Gut, geh' ich halt weiter. So, scheiße! Was? Was war das? Eine Ratte. Okay. Wir laufen hier so wie die Lämmer, ey. Weil du meinst, die auch nix? Da vorne ist irgendwer? Sind das von uns die Leute jetzt da? Ja, ja, ja. Ja, ja, das ist... Ja, das ist natürlich noch geiler, hier auf so'n Terror-Dampfer hier eingesperrt zu werden, ey. Ach, du Schande, ey. Hey, es ist dunkel hier drin. Wir brauchen Licht. Das ist dunkel, weil auch nur die dick Schoß sind. Dank für hier. Oh. Das ist aber freundlich. Ja, netter Entführer, wa? Jetzt hat Stockholen-Syndrom jetzt schon bei dir los, oder was? Na komm, ne Taschenlampe zu bekommen, ist doch schon mal was Schönes. Ah, ja, nette Typen. Einfach nette Typen. Sympathisch. Wo zur Hölle sind wir denn hier? Na? Na, ein verlassenes Schiff? Zuversichtlich. Großartig. Großartig-Kordinaten. Sitzen wir nicht einfach rum. Wir brauchen Plan. Wir sind nicht unbedingt in der besten Position, um irgendetwas zu tun. Aber macht trotzdem Plan. Wenn ihre Aufmerksamkeit nachlässt, nutzen wir die Chance und verschwinden von hier. Ein nach dem anderen ausschalten. Das ist schon verletzt. Es ist gefährlich hier. Nein, wir sind hier, wir geben sowas nicht zu. Wir sind hier Conrad, verstehst du? Ja, Mann, dem rostigen Kahn fehlt eine Titaner-Spritze zum Ozeanboden. Ja! Wir haben schon versucht zu fliehen. Das ging nicht wirklich gut. Oh, wir haben einen schwärchen Knoten gemacht. Zurück zum Boot und Brad finden. Was ist mit ihm? Hört mich an Scary Movie. Sie haben unsere Verteilerkappe. Ohne die kommen wir nirgendwo hin. Sieht das, das gähig aus? Ne? Äh, hoffnungsvoll, können wir es kurz schließen? Warum schließen wir ihn nicht kurz oder so? Verteilerkappen kann man nicht überbrücken, okay? Diese Abschlächer wissen genau, was sie tun. Im Maschinenraum, vielleicht hat sich Brad da versteckt. Oder was sie auch meinen, auf diesem schwindelnd Tag zu gehen. Sollten wir die Chance nutzen und nach einem Weg hier raussuchen. Fliss, ich wollte nur sagen, dass, äh, das vorhin war wohl ein Missverständnis. Komm, bitte, shut the fuck up, Alter. Ich bin wohl also vielleicht etwas vorschnell zu dem Schluss gekommen, dass du irgendeine Art Abmachung mit diesen Typen hattest. Aber ich meine, das stimmt ja eindeutig nicht. Die sind ja genauso fies zu dir wie zu uns. Also, ja. Wie kam er denn überhaupt auf diese Theorie? Er sagt Entschuldigung. Nun, ich. Hm, deine Entschuldigung ist akzeptiert. Tatsächlich, glaube ich, Alex, Alex, der Stumpfer in der Gruppe. Aber du bist ja auch hier. Die waren ja auch viel zu dir. Ich kann mir auch gar nicht so, er hatte ja die Theorie von wegen, dass sie hier unter einer Stecke stecken, weil sie ja nicht geschlagen wurde. Aber Julia wurde ja auch nicht geschlagen. Die haben ja gar keine Frau geschlagen. Die haben nur Conrad geschlagen. Was ist hier passiert? Ja. So, drehen wir um das Ding. American Oversea. Bandenmord. Mord von 1947. 47 Archäologen im Irak vermisst. 24 britische Archäologen sind im... Halt doch mal. Shut the fuck up, mein Freund. Ihr könnt das hier nicht lesen. 24 britische Archäologen sind im Saargrosgebirge im Irak verschwunden. Die Hedgings-Expedition traf letzten September in dem Königreich ein. In dem Königreich? Was? Und war nach eigenen Angaben den Relikten. Okay, gut. Wahrscheinlich ist der Text halt einfach unlesbar und deswegen stammelt er rum. Oder habe ich mich verlesen? Ich weiß es gerade nicht. Wir werden es nicht erfahren. So, okay. Was haben wir denn da? Hier einfach vorne, hier blinkt noch was. Oh, eine Brille. Eine Brille. Echt unheimlich. Ja, das ist eine schöne Nicky-Brille. Wunderbar, die legen wir wieder hin. Die ist ganz toll. Der Kaffee sieht auch noch ganz gut aus. So, wo lümmelst du hier rum? Oh, da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Da ist ein Bild. Okay, okay, okay. I do, I do. Aber ich stelle mir erst mal einen Meter neben dem Bild. So, okay. Der Titel ist durchgekratzt. Was wurde denn da abgerissen? Also, der Titel wurde zerkratzt. Irgendwie. Okay. Was steht da an der Seite? Ship. Ach, das Tschüss-Maskottchen ist das. Hm. Ah, okay. Cool, cool. Und da unten steht SS. Also da unten SS. Ah, stimmt. Wahrscheinlich also der Name des Schiffes, ne? Die SS. Leberwurst. Wie ist der Geier? Alex, ich habe echt Angst. Ja, das haben wir alle. Fräulein J. Rivera. Apartment 2275 Lockwood Drive. Crescent Springs, Cincinnati, Kentucky 41027. Hallo, meine Süße. Ich vermisse dich so sehr. Noch drei Monate bis zu meinem nächsten Urlaub. Und dann schließe ich dich in meine Arme. Drei Monate. Ich hatte mit den anderen Jungs Landgang. Wir haben ein paar Bier getrunken. Aber keine Sorge. Ich bemahre wir alles für dich auf. Wenn du verstehst, was ich meine. Wie ist die Arbeit? Ich hoffe, dein Chef lässt dich in Ruhe. Ich weiß, du kannst auf dich aufpassen. Aber ich fühle mich hilflos, weil ich so weit weg bin und dich nicht beschätzen kann. Tja. Dankeschön. Was hat uns das jetzt gebracht? Nichts. Nichts mit Ü. Das sind einfach weitere Informations. Ja, das ist einfach, um die Story weiter zu verdichten. So, ich könnte dich auch nochmal kurz ahnen. Was ist los? So. Ich genieße nur die Vorzüge unserer Kreuzfahrt. Ich habe einen Brief gefunden. So ein Typ hat seiner Freundin was über all die Geister auf dem Schiff geschrieben. Was? Geister? Hä? Was? So. So, bitte? Äh, skeptisch. Dieser Typ war bestimmt nur zu lange von seiner Süßen weg und hatte einen Lagerkoller. Mann, da würde ich sicher auch Gespenster sehen. Wir haben doch jetzt ja eine Schiff gefunden. Nee. Deswegen wundere ich mich ja. Wen juckt's, was die wollen? Wen juckt's, was die wollen? Ich will, dass sie für all das bezahlen. Klar, aber zuerst zahlen wir mal hier raus. Also, was tun wir? Hä? Wir wollten ein Abenteuer, oder? Wir wollten doch ein Abenteuer. Knappe Kiste, gerade. Ja, ich muss dir gerade kurz überlegen. Spielst du jetzt den Helden? Für dich spiele ich alles. Ist vermerkt. Und, wo kriegst du auf die Uhr bist spät dran? Wir müssen uns umsehen und nach einem Ausweg suchen. Ist noch was vor. Okay, klar. Bis später. Okay, klar. Bis später. Ja, ich gehe jetzt noch eine Runde spazieren. So, vielleicht finden wir hier noch... Vielleicht finden wir noch diese besagten Briefe. Ach, da hängt der irgendwo... Mann, die sind so fucking düster. Ah, guck mal. Hier finden wir einen Ausgang eventuell, oder was? Ah, ein Lüftungsgitter. Aber bevor wir jetzt da durchgehen und wieder auf so ein Point of no return gehen, gehen wir noch mal kurz zurück. Zurück? Guck, was du überhaupt noch kannst. Geh mal, geh mal nochmal... Okay, A-druck. Genau. Nee, 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 nee. Äh, Richtung... An dem Tisch hier vorbei. Und ich glaube, dass da hinten... Da gibt's noch irgendwo was. Da kannst du noch weiter latschen, oder? Kannst du noch weiter, weiter geradeaus, da irgendwie in die Richtung? Nee, das brauchst du nicht. Waschbecken, oder irgendwas sowas? Ja, da waren wir ja gerade. Das Ding mit der Brille. Hier ist die Brille. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Hier doch, klar. Das war nicht vorgelesen, aber... Hey, meine Hilfe. Achso, wir waren bei der Tür noch gar nicht. Okay, das will. Genau. Und, was ist hier vorne gewesen? Hier vorne war auch noch was neben dem Stuhl. Können wir uns hinsetzen? Nee, nee, achso, nee, das ist hier... Das schreiben hier vorne. Achso. Nee, ich dachte, wir könnten da hinten nämlich noch langlaufen, hätte ich jetzt gedacht. Aber wenn du sagst, da ist das Fuhl, dann ist Fuhl. Das ist okay. Also, wir müssen jetzt aufpassen. Und wir verspielen ansonsten ein gewisses Zeitfenster, kann das sein? Oh, keine Ahnung. Also nicht, dass die jetzt gleich rin kommen und sagen, du, du kommst damit in die Maschinenraum. Hey, kommt mal alle zusammen hierher. Vielleicht können wir ihn aufbiegen und abhauen. Wie wär's mit Aufschrauben? Oh, wir wissen nicht, wohin dieser Schacht führt. Nimm die scheiß Brille, die wir vorhin gefunden haben. Finden wir's raus. Kann nur besser werden. Na, dann finden wir's doch mal raus. Dann finden wir's doch raus. Ja, da wird wohl irgendjemand gleich wie ein Stich auf die Fresse kriegen, glaube ich. Und? Versperren. Komm, wir versperren uns das Ganze mal. Wir machen heute mal, versuchen mal ein bisschen mit Kopf. Und nicht ohne. Kriegt der den Tisch auch noch weggeschoben? Oder stellt er sich einfach nur so an? Oh, QuickTime, QuickTime. X, 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 für dich Viereck, 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 Viereck. Für mich Viereck ist auch schön. Ja, ich kann die Playstation-Dinger sagen. Deswegen. Dann sagt mir immer die Playstation-Dinger. Dann könnt man vielleicht schaffen. Okay. Äh, schieben. Wir opfern uns. Für die Truppe. Für Team, Alter. Für Team. Komm, Uwe. Renn, Conny. Oh, no. Ja, das sieht keiner jetzt. Macht das scheiße. Oh, no. Alter. Alter. Das ist ja zum Glück, dein Charakter. Komm, 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 komm. Sind wir nun sicher? Steh. Wir müssen jetzt weiter. Nein, scheiß drauf. Damn. Wir müssen Fliss holen. Sie wurde wegen mir geschnappt. Niemals. Keine Helden dran. Wir müssen schnellstens ganz weit weg. Scheiße. Du hast recht. Oh, du hast recht. Oh, der Blick ist aber gerade ganz schön. Der Blick war finster, wa? Irgendwie. Aber ich muss Conrad ein bisschen in Schutz nehmen. Es ist nicht seine Schuld, dass Fliss jetzt bei denen ist. Ja. Da gibt es andere Leute, die... Oh, komm, Alter. Ja. So, ja. Zu möchten wir auch gerne sagen. Irgendwie, ich möchte jetzt nicht rumdissen, aber Benni, möchtest du übernehmen? An die gesamte Mannschaft. Regelt zum Extrawachdienst. Aufgrund der Spezialsicherheitsvorkehrungen für diese Missionen müssen diese Zusatzabläufe von Soldaten im Wachdienst befolgt werden. Doppelte Wachposten an allen Türen und auf Rundgängen. Keine Gespräche, keine Abhängung, keine Zigaretten, kein Alkohol, keine Spiele. Wachen, die diese Regeln missachten, müssen mit strengster Bestrafung rechnen bis zur und inklusive der Anklage vor dem Militärgericht. Auf Anordnung von Captain Ford. Leute, niemand betritt 3A. Ganz ernsthaft, niemand. Oh, 3A. Klare Ansage, klare Ansage. So, lass uns 3A finden. Hey Leute, wo seid denn hier alle? Warum sind die schon wieder weggerannt? Die sind alle schon wieder weg. Was ist hier los? Was ist das? Kannst du da reingucken? Das ist okay, Alter. Alle verpissen sich und er macht hier erstmal eine Rundschau. Oh, was haben wir hier? Oh, Klamotten können wir uns ver... Da. Möchten wir uns verkleiden? Uuuh. Und dann waren da noch geheimnisvolle Stinke-Socken und Boxer-Shorts. Achso. Äh, ja tatsächlich, ich würde mir mal über die Füße ziehen hier. Tatsächlich. Oh ja, das wäre... Das wäre... Scheiß Ratte. Okay. So, was haben wir denn hier? Noch mehr Dreckige Unterwäsche. Schön. Ganz toll. Und? Nicht. Schade. Das ist nix weiter. Schade. So. Ich würde ja gerne irgendwas mitnehmen, was ich als Waffe nutzen kann. Ich meine, die Taschenlampe kannst du ja auch als Waffe nutzen, so ist ja nicht, aber... Trotzdem. Irgend so ein Rohr oder so? Werkzeug? Irgendwas? Ja, das... Ja, wahrscheinlich. Das wäre cool, wenn wir sowas hätten, aber... Ich habe nur schmutzige Boxer-Shorts und... Oh! Äh! Wer hat uns denn da angelächelt? An der rechten Seite. Das war ja mal fies. Das war ja mal richtig fies, Alter. Okay. Mit der Tür zusammen. Wo ist der... Sie sind hier, Pfeil? Tja, das ist der Maschinenraum. Das ist der Laderaum. Ach so, ich schreibe hier mal 3A auf, ne? Da wollten wir rein. Genau. 3A. Oh! Was ist hier los? Ist das abgefallen? Oh. Das war's? Oh, du warst dieser Nebel. Oh, du warst dieser Nebel. Und wir wissen, dass das hier nicht gut ist. So, okay. Links oder rechts? Ähm. Was machen Sie wohl mit ihr? Ich würde jetzt rechts. Du machst dich bloß verrückt. Hoff einfach das Beste. Okay? Oh, Alter. Hörst du das? Nö. Das ist schreckliche Geräusch, meinst du? Das Ding ist verdammt riesig. Das ist halt ein Kriegsschiff. Ja, ich wollte gerade sagen, Alter. Das ist also... Aber du kannst wieder... Ist Alex da hinten, ne? Ja. Du kannst wirklich nur wiederholen. Also die Grafik ist wirklich krass. Die Grafik ist wirklich, wirklich krass. Ich würde hier vorne noch mal gerne mal in die Nische schauen. Ja, ja. Jeder mal weg hier. Schwester. So, leider war hier nichts. Ich würde gerne von vorhin noch wissen, wer da... Wer da stand. Ja, das ist krass, ne? Also das hat mich auch ganz schön gekriegt. Wiss ich nicht, war das eine Frau? Mir kam es so vor wie eine Frau. Für mich sah es auch aus wie ein bisschen so wie Krankenschwestermäßig, so gekleidet. Ja, genau. Oh, 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 hier. It's a book. A book of love. It's a book. It's a book. Oder auch nicht. Ist einfach nur... Okay. Irgendwie wird es aber... Achso. Hm. 19. Juni. Ich habe im Frachtraum 1 einige Bereiche identifiziert, die strukturelle Schwächen und Rissene aufweisen. Habe unseren Schiffsbau angewiesen, die nötigen Reparaturarbeiten durchzuführen. Ich habe den Käpt'n geraten, um bei der Heimreise Vorsicht walten zu lassen, insbesondere bei schlechtem Wetter. Zu große Belastungen können leicht einen Kiebruch verursachen. 20. Juni. Es gab Beschwerden über Fehlfunktionen der elektrischen Ausrüstung. Bei der Überprüfung der Ausrüstung habe ich Zinn-Whisker-Bildung an mehreren Komponenten festgestellt. Ich habe die Geräte gereinigt und die Lötverbindungen mit Blei repariert. Dies hat die Kurzschlüsse bei oben und sollte die Wiskabildung verlangsamen. Okay. Scotty hat mal ein kleines Tagebuch geschrieben. Hm. So, Wiskabildung habe ich noch nie gehört. Ist das nicht sowas wie korrodieren? Also sprich, wenn es dann... Ja, wahrscheinlich irgendwie, ne? Dass sich dann da irgendwie so ein... Material bildet irgendwie, was halt zu Kurzschlüsse führt. Wie schon gerade... Muss ich ja jetzt nicht wiederholen. So, bitte geh nochmal zurück und lies es nochmal vor. Ja, 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 ja. So, warte mal hier vorne. Boah, da hat doch irgendwas geblinkt. War das nicht am Tisch? Da ist das. Ist das Kaumi? Nicht in den Rattenkopf. Äh, und im Mund stecken. Äh, mit dem Knabbern. Das fand er jetzt so catchy, dass er jetzt den Rattenkopf... Äh. So. Und was haben wir hier? Wir haben anscheinend viele Bücher. Viele Tagebücher. Man muss auch jedes Mal die Taschenlampe weglegen dazu. Ja, klar, das... Ist halt Conrad. Ist halt Conny. Donnerstag, der 12. Der Captain hat den Alkohol für die ganze verdammte Reise verboten. Es gibt kaum etwas, was einen so sehr die Stille in diesem Schiff hören lässt, wie kein Alkohol. Die beiden Blödmänner, Wilson und Anderson, haben sich direkt nach dem Ablegen in die Wolle gekriegt. Aber der alte Ferris hat das ganz schnell beendet und seitdem ist es hier so ruhig, wie in einem Gotteshaus. Hab mit einem Kerl gequatscht, der beim Einladen der Fracht geholfen hat. Und der hat mir erzählt, dass das, was er eingeladen hat, Särge waren. Vielleicht nichts Ungewöhnliches, aber er meinte, er war so ein Kerl und der hatte ganz genau aufgepasst, wie die Särge in einem der Frachträume gebracht wurden. Extrem genau. So eine Behandlung bekommt nicht jedes normale Frauenschein. Also hab ich überlegt, wer wohl in den Kisten steckt. Freitag, der 13. Paris behauptet, einer der Jungs hätte aus geklauten Proviant irgendeinen Fuße zusammengebraut. Wir treffen uns nachher im Frachtraum, um ihn zu probieren. Der Alkohol war ein Reinfall. Paris meinte, nach vier Tassen hätte er sich beschwipst gefühlt, aber ich finde, er hat nur Blödsinn verzapft. Das war alles, aber kein Sprit. Samstag, der 14. Hab gehört, einer der Jungs hat sich da reingeschlichen, wo die Kisten stehen. Werde mal mit ihm reden und rausfinden, was er gesehen hat. Vielleicht sagt er mir sogar, wie ich reinkomme. Der Plan steht. Er meint, er kann mich reinschmuggeln. Wir sehen uns heute Nacht. Wir sehen sie uns heute Nacht an. So, pack's weg, nimm die Taschenlampe. So, haben wir denn hier vorne noch? Guck mal, da unten sind Schuhe. Nimm Schuhe, Alter. Nimm Schuhe. Es ist doch bestimmt deine Größe. Und selbst wenn sie nicht wären, einfach, einfach anziehen. Krass. Mann, 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 Alter. Ein Bild. Oh, ein Bild? Okay. Alex, wurde geschlagen? Oh, scheiße. Alex lassen wir zurück. Anscheinend. Bei irgendeiner Sache. Ja. Wahrscheinlich Quick-Term-Event, was wir verkacken oder so. Das wird die ganzen, das wird, das ist so schade. Es wird mich verfolgen, wahrscheinlich. Das wird mich verfolgen. Wo geht's denn hier lang? Wo ist denn Alex jetzt mit uns hier? Und wo ist Julia? Wahrscheinlich sind wir. Ach da. Okay, Julia ist sofort. Ja, mach die Taschenlappe aus, Mann. Mach die Taschenlappe aus! Das ist Conrad. Der ist nicht so clever. Oh, eine Verteilerkappe. Okay. Aber das ist eine Falle, Alter. Die läuft da noch nie hin und stellt die einfach ab. Also. Naja, stimmt. Wir haben ja, Witz haben wir ja verloren. Aktuell noch. Hm. Können wir sie uns schnacken? Wir müssen aufpassen. Wir müssen aufpassen. Vielleicht eine Falle. Ja. Der Geldkern? Tja. Ich schätze, das ist keine gute Idee, was? Ja, Mann. Ist das nicht wahr? Ja, aber so kriegst du es hin, dass du ihn ablenkst. Dann. Könnte es was werden. Hä? Sein eigener Kumpel ist da. Fliegender Wechsel. Oh, diese Klamper, Klamper, Klimper, ey. Was soll das? Ich dachte, wir folgen ihm. Wir müssen Abstand halten. So können wir sie überholen. Hoffentlich ist das schneller. Ich mach das. Und wir spielen Alex. Sehr gut. Okay, alles klar. Ne, ich schau gerade noch mal ganz kurz irgendwie, wie unsere Connection zu den anderen ist. Also zu Brad, natürlich halt gut, weil er unser Bruder ist. Comrade. Zu Fliss haben wir irgendwie ein ganz schön blödes Verhältnis. Also unterdurchschnittlich. Wir haben sie ja verdächtigt. Also wir haben sie ja verdächtigt, dass sie ja zusammenarbeitet mit diesen Terroristen oder mit diesen Piraten, die uns ja da entführt haben. Ja, ist aber trotzdem kein Grund, warum wir ein schlechtes Verhältnis haben, finde ich. So, okay, wir laufen mal ein bisschen weiter. Achso, warte mal. Ich glaube, bevor ich jetzt hier wirklich wegspurte, das hier vorne, sagen wir so, das hier, guck mal, oh, was ist das? Ich habe noch einen Brief gefunden. Was soll das mit der Kapelle? Oh, großer Gott, warum muss ich mir das ansehen? Internes Memo. An die Crew. Bereich 7c wurde für die Dauer der Überfahrt als temporäre Kapelle eingerichtet. Von der Crew wird ruhiges und respektvolles Verhalten in diesem Bereich erwartet. Gekennzeichnet. Corporal? Kaplan? Ja, Kaplan. Kaplan nur. Aber das CPL ist doch ein Dienstgrad, oder, Benni? Ja, müsste ein Dienstgrad sein, ja, ja. Heißt doch jetzt nicht Kaplan nur. Guck mal, Kaplan ist doch... Ist Quatsch. Okay, haben wir hier noch irgendwas, Nien? Glaube nicht, oder? Das sah nicht so aus, nee. Schade. So, dann schauen wir doch mal. Es wäre natürlich schön, wenn wir Fliss so schnell wie möglich irgendwie wieder befreien könnten. Und wo zur Hölle steckt Brad? Hörst du das? Nicht lustig. Mann. Entschuldige bitte. Das ist aber die falsche Taste. Okay. Ja, wo Brad steckt, das frage ich mich auch. Ob der sich noch irgendwo auf dem Boot befindet. Ob der sich da irgendwo verstecken konnte. Ja. Ist ja immer noch meine Theorie. Benni, mal eine kurze Frage. Soll ich denn eigentlich eher direktere Wege laufen? Also eher Story-Wege, oder soll ich mich ein bisschen umschauen? Naja, also umschauen ist schon wichtig für gewisse Hinweise. Wie mit der Kapelle zum Beispiel. Jetzt wissen wir, bei 7c ist das Ding jetzt eine Kapelle. Das ist ein schönes Beispiel, die gehen alle da lang, ich gehe jetzt mal hier lang. Ja, mach doch mal. Kann ich gar nicht, weil hier steht irgendwas. Verdammt. Okay. So, dann laufen wir mal weiter. Hier hinten kann man auch nichts aufnehmen. Ja, das ist natürlich so, was reißt immer so ein bisschen aus dem Flow raus, ne? Aber da sind halt immer die Sachen versteckt. Da sind die Secrets. Was ich wollte gerade sagen, ich war noch nicht in der Küche. Waren wir denn in der Küche? Okay. Wir waren nicht in der Küche. Ich bin auch... Oh, hier vorne steht was. Wir essen das Plan für nächste Woche. Den gucken wir uns natürlich an. Ist der tatsächlich? Gott. Es sieht so aus, als wäre an diesem Tag alles zum Stehen gekommen. Das ganze Schiff ist eingefroren. Okay, also heute haben wir Sonntag. Schmorlieber. Okay, okay, okay. Haferfloppen. Haferflocken und Erbsen-Duppe. Ganz schau. Guck mal da hinten nochmal ganz kurz an der Ecke. Aber wie kommt es hier darauf, dass wir hier schon mal waren? Ich... Und? Ja, aber zuversichtlich könnte nützlich sein. Auf jeden Fall. Mitnehmen. Hallo? Ich weiß ja nie. Vielleicht brauchen wir es. Na, da wird schon der eine oder andere Quicktime-Event kommen, wo ich das verkacken werde. Ach ja, du bist der Quicktime... Oh, ja, stimmt. Stimmt. Okay. Nächst mal nichts sagen. Ja, wie gesagt. Oh, oh, hier vorne ist noch was. Es ist halt wirklich leider etwas... verquer irgendwie mit den Xbox-Pads. Äh. Mh. Das ist noch Ragu. Und? Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Gar nichts. Das willst du nicht wissen. Was soll das heißen? Warum sagst du es nicht? Aber was war es denn? Fleischstücke? Ja, aber was ist... Gedärme. Sicher? Ja, sieht das nicht aus wie so ein Damen-mäßig? Aber muss nicht menschlich sein. Ne? Wollen wir ja auch dazu sagen. Äh. Das ist, äh, recht ekelhaft. Aber es, äh... Naja. Das Ragu lassen wir heute mal vielleicht aus. So. Okay. Und wir können auch nicht sprinten. So. Hier vorne haben wir noch einen Topf. Da gucken wir noch mal rein. Mh. Mh. Oh, lecker. Sous-de-Jour, Mademoiselle. Sous-de-Jour. Als ob du dich in der Küche auskennst. Baby. Wenn wir... ...zusammen wohnen, werde ich dein ganz persönlicher Chef kochen. Ja, ist klar. Mhm. Okay. Interessant, ne? Das Fleisch war noch... ...einiglich in Ordnung. Und die Sous-de-Jour. Die sah jetzt nicht mehr so gut aus. Die Sous-de-Jour. Sous-de-Jour. Okay, was ist das denn hier? Die Essenshalle. Ich glaube, wir müssen hier wohl durch. Ach, das ist aber schwierig. Guck mal. Da hinten ist ein Bild. Da hinten ist ein Bild. Richtig. So, jetzt aufpassen. Ne? Nicht vergessen. Jetzt müssen wir uns alles merken, was da drinnen vorkommt. Okay. Okay. Wir sollten mit dem Messer, was wir gefunden haben, sehr vorsichtig sein. Ja. Weil da war Brad. Aber wo ist Brad? Ja. Ja. Wer ist eigentlich Brad? Hier stimmt was nicht. Ach. Was? Was? Irgendetwas ist mit uns hier drin. Hast du, ich mein, hast du nichts gehört? Was soll denn hier noch mit uns drin sein? Außer Ratten. Jetzt müssen wir wirklich aufpassen, weil... Ich habe irgendwas gesehen. Es hat sich in den Schatten bewegt. Und? Wahrscheinlich nur Ratten. Ratten. Wahrscheinlich nur Ratten. Mehr war es nicht. Jetzt lach mich bloß nicht aus. Hä? Hat doch gar nicht gelacht. Ist das hier mit euch verkehrt? Na ja. Ist halt so. Ist der Stress, ne? Ist der Stress. So, jetzt müssen wir tatsächlich aufpassen, weil nicht, dass jetzt... Wir sind hier ganz sicher. Wir laufen hier im Reis. Was willst du jetzt tun? Umdrehen? Hier sind wir schon gewesen. Na cool, Jen. Wir haben nicht viele Optionen. Wir müssen hier... Wir müssen hier? Ah. Okay. Nein. Da macht es mich nicht. Was? Ach. Oh. Scheiß Kapellen. Nicht mein Ding, weißt du. Verständnisvoll. Das ist schon krass. Hast recht. Es ist eklig und krass. Wir müssen ganz schnell hier raus. Und wir müssen Fliss finden. Okay. Gut. Können wir dann die Fliege machen? Ne, wir wollen uns doch nochmal ein bisschen umschauen, oder? Was ist das? Wir laufen jetzt genau durch diesen Nebel, ne? Irgendwie der halt auch schon bei den Soldaten für totalen... Soll ich es mir wirklich angucken oder sollen wir lieber raus? Ja, ich würde mir das angucken. Das ist doch nicht... Ich weiß, dass der Nebel wahrscheinlich die Ursache für diese... Ja, Hallos ist, sag ich jetzt mal. Also, es ist mir jetzt... Oh! Ähm... Schockiert? Oder rechtfertigend? Schockiert? Guck mal! Das ist verrückt! Ist das ein Mensch? Also, war das mal ein Mensch? Was zur Hölle ist hier los? Das ist echt mieses Motor, Alter. Okay, weg hier! Sofort! Weg, weg, weg! Nö, jetzt gucken wir uns auch noch die anderen Särge an. Echt jetzt, ja? Also, alle Alarmsirenen sind an. Mein Spider-Sin schrelt ohne Ende. Aber bitte, Benni möchte Särge öffnen. Aber wir spielen Alex und damit... Öffnen wir jetzt Särge. Brian Carter. Verdammt! Geheimnis hier von... Ja, ich wollte mir die Zahlen aufschreiben, aber die... Fuck! Brian Carter kann ich mir jetzt nur mehr... Oh, da, warte! Nein, wir beeilen uns nicht. Brian Carter. US Army. 864. 864. 729. 729. 1, 2. 1, 2. Na, dann müssen wir uns die anderen auch noch reingucken. Äh, okay. Also, falls ihr da draußen, die jetzt gerade zuschaut, einfach sagt so, die Vorzeichen waren da. Ich bin mit euch. Aber... Wie für ein Kind. Aber wir finden Geheimnisse. Also, wenn jetzt da die Option kommt wegen Öffnen, würde ich sagen, nein. Okay, kommt nicht. Okay, also wir können auch nicht großartig damit interagieren oder so. Okay. Wir können es uns nur anschauen. Und jetzt noch der Letzte. Und jetzt noch der Letzte. Das sind ja ganz schön schwere Schlösser an den Sagen. Okay. Warum sind da Ketten und Schlösser? Tja. So kann man eine Beziehung auch wählen. Okay, dann gehen wir jetzt lieber weiter. Alles klar. Hier vorne hat noch was geglänzt. Da will ich noch hingehen. Ja. Jetzt nochmal schnell die Beichte ablegen. Psst! Oh, die... Dahinter ist was. Dahinter ist was. So, jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass eventuell, wie in der Version, die wir hatten, jetzt Brett dahinter ist. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss irgendwie, weil es könnte ein Quick-Time-Event kommen. Naja, das Gute ist, ich vielleicht verkackst, wie er den Quick-Time-Event und Brett überlebt. Schönen Danko. Okay, alles klar. Ich ziehe durch. Ich ziehe durch. Ich tut! Ich ziehe durch. Oh! Okay. Was ist? Da! Was? Ernsthaft? Willst du mich ausfrippen sehen? Hä? Können wir einfach hier weg? Aber! 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 Das war doch keine Vase! Nee. Das war doch keine Vase! Aber dann waren wir wahrscheinlich schon zu lange im Nebel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hat der Flug dich schon erreicht, ja? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das kann... Wenn wir uns beeilen, ich hab genug geredet. Böse Ende. Alles klar. Diese Kameraperspektiven sind wirklich... Sie sind sehr atmosphärisch, aber sind halt für die Steuerung, sind die schon echt heftig. Was macht denn so ein Geräusch? Äh... Raten? Welches? Boah. Oh nein. Warum verletzen wir? Wieso fragt sie welches? Hat sie das nicht gehört? Oh, was liegt denn hier im Bett? Schiss! Hey! Jetzt ist nicht die Zeit für doofe Spielchen. Im Ernst! Ich halt's nicht aus! Was heißt denn... Doofe... Ach du... Ah nein! Kennen wir den nicht! Fass ich ihn doch nicht an! Was ist das denn? Nein, lass das! Das ist doch eklig! Aber wieso denn? Äh... Oh... Oh, hinter dir! Hinter dir war noch was! Hinter dir ist noch... Ja, ja, da, 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 da... Da, 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 da... Sicher? Nee. War da nicht hinter dir? Guck mal, da hinten blickt ein Blitz jetzt noch da. Ja, 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 ich seh... Ich seh auch. Aber... Es ist, äh... Ah, jetzt... Ist ja... Kamerapässe... Nee, nee... Der will nicht! Er möchte nicht! Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd... Oh, jetzt, 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 jetzt... Oh, wieder deinen... Ich dachte gerade, dass du dir gerade kurz hattest, aber... Nee, es wird immer auf den Zombie... Also, Zombie, ne? Auf den... Auf den Toten... Zombie... Oh, warte mal, wir könnten hier gerade auslaufen? Wollen wir hier gerade auslaufen? Ja, lauf doch mal. Lauf doch mal, also, schau... Schau doch mal... Hm... 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 Okay... Das sieht nicht gut aus. Ach du Scheiße, noch mitten in der OP! Oh, Kinder, nee... Hm... Das ist ja mal finsterster Shit! Hm... Ach hei... Ach hei... Boah, hier gibt's noch ein bisschen was... Oh Gott, da drüben liegt noch ne Leiche... Naja... Konnte ich doch ebenfalls gerade noch was... Checken, aber... Was zur Hölle? Ist der vor Angst krepiert? Echt gruselig... Oh... Die Reignisse gefunden... Entsetzte Leiche... Oh Gott... Ist mir nicht wohl... Ist mir nicht wohl, weil Benni... Ich saffi das... Ich würde wirklich sehr, sehr gerne jetzt hier von diesem Boot runter... So, jetzt konnte man hier vorne was nehmen... Ein Brett... Is it Brett? So, dann drehen wir um das Ding... Was hatten wir denn heute noch auf der Liste... Auf der OP-Liste? Okay... Der Typ hatte ne Appendizitis... Das ist ziemlich normal... Und dann... Dann starb er an nem fetten Herzinfarkt... Das ist gar nicht so normal... Krass... Nö... Nö... Krass... Okay... Siebter, siebter... Oh... Wie schön... Das ein ganz lieber Menschgebotsach... So... Okay... Wir gehen mal weiter... Das... Das war ja total toll hier... Oh... Also... Also... Ich... Feier wirklich die... Die Kameraperspektiven... Also die Inszenierung dieses Spiels ist... Ist... Sehr, sehr geil... Oh nein... Haben wir jetzt Conny verloren, Alter? Jetzt ist Conrad weg... Conrad... Conny, wo zum Teufel bist du? Oder er versteckt sich irgendwo und will uns erschrecken... Wo ist Conrad? Da sind wir ja nun wirklich dumm... Und rumschreien ist auch echt nicht geil... Still... Ja... Mach mal... Pst, psst... Still... Ich schreie, wann ich will... Conny! Ist sie einfach nur doof, oder wat? Ja... Ich schreie, wann ich will... Oh nein... MC Hammer ist im Haus... Vielleicht war es ja Conrad... Kann auch sein... Oh... Meister Splinter... Jetzt kommt entweder Brad... Oder Fliss... Oh nein... Fliss... Fliss in den Händen... Der Piraten... Du glaubst, das sag ich dir... Äh... Pst... Unterdeck... Werkstatt... Nö... Geht nie weiter... Wat will er machen? Sag mir, wo wir hingehen... Verdammt! Vielleicht findest du ja auf dem Weg irgendwo... Loses Rohr... Und kannst ihm einen... Einen über den Schädel ziehen... Hm... Das wär zu schön... Aber... Wird wahrscheinlich an meiner Nubigkeit... Äh... Des... Quicktime Events... Bestehens scheitern... Sag mal wie das... Du weißt gar nicht, was du tust... Du machst doch bloß, was er dir sagt... Okay... Ist aber auf jeden Fall... Nicht so der sprichigste Typ... Stopp! 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 Einmal umgedreht... Und weiter geht's... Kann ich hier nochmal... Oh... Hey, hey, hey... Okay, okay, okay... Gut... Wir müssten uns auf jeden Fall... Etwas... An seinen Regeln halten... Ansonsten... Werden wir... Werden wir geschubst... Oder schlimmeres... Werden wir geschubst... Ja... Dann bin ich hier an die Schubsferniker... Wie hoch unter dem Rucksack... So... Hier kann ich nicht lang... Dann kann ich nach da lang... So... Dann läuft doch einfach schnell... Dann bist du weg... Wie wer denn mal abhauen... Also verstecken, was? Ist schon... Naja... Einfach... So... Oh man... Was ist denn das denn? Okay... Komm raus! Zeig dich! Was hat er denn für Probleme? Er hat... Klar... Anscheinend eine Silhouette hier sehen... Irgendwie die sich aus... Irgendwie die Sachen gebildet haben... Und überall der Nebel... Jetzt... Die Sarkani ist verflucht... Die Sarkani ist verflucht... Hier vorne ist eine Mütze... Wir werden sie uns ansehen... Darfst du das denn? Ich hoffe doch... Hoffentlich wirk nicht geschubst... Sieh mal hier... Mh... 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 Der Kurs wurde aktualisiert... Na das ist ja schön... Oh... Oh... Zack... Worüber redest du? Oh... Ich will jetzt kein Wort mehr hören... Worüber redest du? Naja... Warte... Stell doch keine Frage... Und ich... Und ich betone... Sie ist... Ich glaube ich... Beide sind barfuß... Auf diesem Rostchen Kahn, Alter... Ich will nicht tun... Beide? Himmel! Ah... Guckt's aus... Als hätte der ein Partyhültchen auf... Ich wollte grad sagen... Hat der noch ein Partyhültchen auf? Ne... Der Typ ist bestimmt immer noch hier... Ich meine... Du stirbst hier... Und dein Geist bleibt da... Ah... Noch was... Du hast keine Ahnung... Wovon du redest... Also... Fliss ist ja... Wirklich... Prinzipiell mag ich Fliss... Aber Fliss ist auch so... So eine Klischee-Taffel... Irgendwie... Eine Klischee-Taffel? Naja halt... Du hast keine Ahnung... Wovon man bespricht... Das sagt doch keiner... In der Situation... Ich hab keine Ahnung... Was der Scheiß hier soll... Aber wir müssen weiter... Und Olson finden... Los! Erinnert mich ein bisschen an einen Huhn... уки… Eiczun... Gu dette Ryan... Die sind doch voll... Richtig... Sie hat... Sie hat... Die Hat... Die Hat... Die Hat... Ihr Sound... Oh Gott... Oh nein... Man darf nicht gucken... Jetzt ein Quickterm Event... Nee... Wir dürften tatsächlich nicht gucken. Vielleicht stirbt er jetzt und wir können wieder zurück. Wäre mir lieb. Was ist das Bordell? Was ist mit ihm los? Ah, der Nebel. Oh Gott, was ist los mit ihm? Was? Was zum Teufel? Das ist einfach, was ich meine. So, ist die Reaktion so. Was zum Teufel? Wer ist sie? Irgendwie, Stallone? Also so cheesy One-Liner irgendwie. Oh, okay. Wir haben seine Taschenlampe und seinen Käppi. Scheiß, was auf die Lampe? Käppi ist geil. Und wir können uns jetzt das Bild angucken, hoffentlich. Yes. Aha. Aha. Wer war er denn? Äh, vor allen Dingen, wo war er? So, hier ist noch, ja, das ist ja ein dicker Hund. Jetzt ist halt die Frage, wo jemals lang? Hier kommen wir nicht durch. Na, schon wieder. Komm. Ach, leg mich doch. Mist. Das Gute ist, dass du den Quick-Time-Event wiederholen konntest. Der war ja kein Quick-Time-Event. Einfach nur Button meschen. Und ich meschte natürlich die A-Taste, als alter PlayStation-Zocker. Das ist doch schön. Warum man das nicht einheitlich machen kann. Nein, Klassenfeind, alter. Wir machen, wir machen es auf jeden Fall nicht so wie der andere. Oh, was haben wir denn da? Ah! Oh! Oh! Miese, miese Nummer, alter. Miese Nummer. Oh, wuh. Hallo? Warum haben wir eigentlich nur die... Ah, okay, okay, okay. Der hat ja noch rum. Das sieht nicht gut aus. Nee, das würde ich auch sagen. So, wir steigen einfach runter. Wir könnten jetzt natürlich noch andere Gänge absuchen. Aber wir wollen ja ein bisschen Progress. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hatten wir hier nichts gehabt mit dem Maschinengewehr und mit dem Kind, mit dem Messer und so? Ich weiß nicht, ob das hier war. Also es waren auch auf jeden Fall Fahrzeuge. Aber... Ja, kann schon sein. Weil ich denke, die werden jetzt nicht so viele Fahrzeuge in so vielen Hangars da zu stehen haben. So, drehen wir mal um das Ding. Okay, Wachdienst. Oh, Trachtraum 3A. Datum. 21. Ja. Wachhabender Offizier. Carter Watts. Zeit. Wachposten. Reed. Miller Davis. Paris. Griffin. Peter Griffin. Patterson. Durchgestrichen. O'Neill. Kein unbefugter Zutritt zu wachten Bereichen. Posten niemals vor Ablösung durch nächste Wache verlassen. Okay. Tja. Ähm. 3A. Da klingt was bei mir. Bei 3A sollten wir doch gar nicht hin. Oh shit. Oh shit. Da saß da was. Ah, okay. Aber wir sind jetzt in 3A. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass wir aus 3A so auch eine weitere rauskommen. Dann gucken wir uns mal ein bisschen um. In 3A. Wo wir nicht sein sollten. Äh. Lauf mal ein bisschen um wie Fallshady. Hallo. Okay. 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 Da war grad was. Da war grad was. Benni, da war was. Echt? Ich hab nix gesehen. Okay. Tja, dann die Batzen da barfuß. Ich verstehe ich nicht. Nein. Was ist denn da hinten? Was ist denn da hinten? Da liegt doch was. Da. Da. Warte mal. Das waren doch die Leichen, die wir doch letztes Mal auch da am Anfang gesehen hatten, oder? Meinst du? Wo der doch denn die Waffe genommen hat hier. Das Maschinengewehr. Ich geh mal hin. Oh, warte mal. Hier vorne liegt unten. Hier liegt ne Waffe. Oder? Ist da ne Waffe hier? Nee. Das ist... Nischt. Also hier ist auf jeden Fall der Aushang. Okay. Ja, ja. Ich geh mal hier hin. Okay. Vielleicht ist hier nochmal so ein kleiner Raum, wo man sagt so... Äh, das sieht auch nicht gut aus. Das sieht alles nicht gut aus, Benni. Das sieht alles nicht gut aus hier. So, da hinten liegt noch was Glänzende. Geh mal hin. Es ist natürlich eine Leiche. Wunderbar. Und wir haben einen Knife. Oh, jetzt wird's interessant. Okay. Alles klar. Das ist ein schönes Bruch. Du hast jetzt auch ein Messer. Tja, jetzt ist die Frage. Wer sticht Brett? Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich es sein werde. Wir lassen uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Richtig. So, geh mal ein bisschen schneller. Also, die sind schneller gehen. Das ist einfach nur... Das ist witzig. Oh Mann, Alter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht cool. So, komm, hier vorne glänzen. Oh, Mäuschen. Komm. A dog tag. Was haben wir da? Wo ist das? Ah, T. Paris. T. Paris. Oh, haben wir ihn geliebt. Oh Mann, shit. Oh, das ist... Das ist ja mal eine fülle Perspektive. Oh. Okay. Holy moly, Alter. Scheiße, 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 verdammter Mist. Fuck. Brett is back again. Okay, komm schon. Okay. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Okay. Okay, okay, okay. Weiß dich. Weiß dich jetzt. Weiß dich jetzt. Weiß dich jetzt. Hey, boy. Komm schon. Sei. Komm schon. Okay. Warum? 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 Was, warum? Achso, warum er jetzt erst rauskommt, oder? Nee, warum er jetzt da aufs Boot geht? Naja, weil vielleicht sein Bruder und seine Verlobte, also nicht die Verlobte des Bruders und alle seine Kumpels da auf dem Boot sind. Was willst du denn da machen? Wirst du jetzt einfach weg abgehauen? Nee, kann ich ja nicht, weil uns fehlt ja noch diese Zündspule. Genau. Na, das wirst du aber nicht. Auf dem Boot hätte ich wahrscheinlich eher gewartet. Oder hätte mir vielleicht noch vorher noch, außer einer Taschenlampe, noch was anderes mitgenommen, was ich als Waffe nutzen kann. Wenn ich schon aufs Boot gehe. Na, ich hätte mir erst mal Schuhe mitgenommen. Zum Beispiel. Also. Herrschaftsheiten, das ist doch aber jetzt auch nicht... Oh Mann. Wo liegt hier vorne was? Ich sehe doch, dass da was liegt. Komm, zeig mir was an. Ach du Scheiße. Creepy shit. Hallo? Wer ist da? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh. So. Gehen wir nochmal hier rein. Wenn es denn geht. Es geht. Das ist wahrscheinlich die Wahl. Äh, äh. Ob wir uns jetzt vom Fliss oder vom Elixir stechen lassen. Äh, äh. Oh, nee. Äh. Na, das ist ja... Naja. Aber er läuft halt echt mega chillt irgendwie. Okay. Nee, nicht. Wahrscheinlich könnten wir hier rein. Guck mal kurz hier die Tür an. Locked. Die kriegen wir nicht auf. Okay. Schhhh. Ach du heilige Scheiße. Oh. Was ist denn hier passiert? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Die... Die US General Inventory. Fills in the Division. Ach du Schande. Hm. So, hier oben hat es auch nochmal geblinkt. Oh, nee. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hallo? Also die Atmos, ja. Mega geil. Verflucht. Hier stand auch die... Diese... Diese Ertrauung oder irgend so was. Was war das? Als wir hier durchgehen sind. Mit Alex. Warte mit. Oh. Haben die sich alle im Spinn versteckt? Ach du Scheiße. Oh. Und... Hose voll, Alter. Na? Wie man eine... Oh. Alter. Alter, wieso denn? Okay. Oh, das ist ja fies, ey. Nein, ist das... Ach du Scheiße, ey. Warte mal. War das ein interagierbares Bild? Der sieht nicht so aus. Schade. Kleine Toiletteninspektion. Ja, das könnte aber alles sauber gemacht werden hier, Männer. Aber mach ruhig die Tür zu beim Kacken. Ja, geh doch mal gucken. Wer war denn da? Da guck ich jetzt mal. Da bin ich doch... Mmm. Jetzt halt mal die Luft an. Ja. Ja, na, da... Wirst du bestimmt müssen. Oh shit. Oh shit. Da geht nicht gut aus. Fliss? Oh oh. Aber Fliss hat doch gar keine Waffe. Na ja. Also, eine Pistole. Klar, ein Messer. Eine Messer meine ich, aber keine Pistole. Aber die waren lackierte Fußnägel. Ey, hallo? Können auch französische Piraten tragen. Hallöchen. Okay, ja, ich möchte jetzt hier keine... Ich möchte jetzt hier nicht falsch gendern. Auch Piraten können lackierte Fußnägel haben. Ich bin aber dagegen. So, dann gucke ich mir lieber nochmal hier die Klobrille an. Oh, Meister Pauper hat auch hier versagt, Alter. Komm mal zu. Ja, mach zu, das Ding. Was will er da machen? Naja, benutzen. Da muss er sich erstmal ihr zusprechen, irgendwie. Oh, wie. So, okay. Was war das da eben? Ja. Oh shit. Ganz nah. Die Fernsehung Future. Ja. Hier? Bitte, lasst mich jetzt keiner irgendwie das greifen. So. Okay. Ich hab schon eine Hand gesehen. Materialforderungsformular. Menge, Beschreibung, ein Atemgerät, ein Filter. Vorgesehene Aufsgabe. Ja. Eingabe durch Private Gordon Young. Abgelehnt. Falls abgelehnt. Grund der Ablehnung. Private Young wurde schon eine Gasmaske zugeteilt. Okay. Alles klar. Ja, so eine Gasmaske wäre natürlich jetzt vielleicht, ja nicht mal so verkehrt hier mit so einem. Malucigenen Nebel. Senfgas. Mustardgas. Schön. Oh, was ist denn? Smells like garlic. Mustard. Horsreddish. Schön. Alles klar. Riecht nach Knoblauch. Wunderbar. Tja, Senfgas ist natürlich aber auch eine ganz miese Kiste. Ja, vielleicht. Wollen wir nochmal gucken? Achai. Achai. Ich brauche was, um da hochzukommen. Okay. Was braucht er denn jetzt? Einen Kasten? Einen Stuhl. Einen Kiste. Da. Nehmen wir die Kiste hier. Na, meinst du, er kann die, er kann die, er kann sie bewegen? Sieht gut aus. Aber auch mit Gesichtsverschrieben vom Feinsten. Alle Barfuß. Alter. Why? Warum klettert er jetzt durch? Ich kann dir das nicht sagen. Du wirst es nicht. So. So, was haben wir hier vorne? Können wir hier noch gucken? Was ist das hier? Das ist die Wann-Zeitung heute. Alex? Julia? Hallo? Aber jetzt lachen wir mal, wenn wir jetzt Conrad finden. Oh, hier liegt da was. Können wir das nehmen? Nee. Oh, hier vorne ist ein Bild, glaube ich. Oh, schön. Schön, schön, schön. Okay. Ja, das ist jetzt... Hubschrauber. Äh. Wir können aber bedeuten, dass wir gerettet werden. Ah, das war irgendwo, weiß ich nicht, ein Funkgerät wieder in den Stand setzen, Hilfe rufen und keine Ahnung. Oder Bordlot zu sein, wer weiß. Irgendwie, vielleicht schlägt man mit einem Fähnchen, mit einem Fähnchen da oben auf dem Deck. Wer weiß. Äh. Ich weiß nicht, also, das war jetzt eine Vorhersage, die war vielleicht jetzt nicht unbedingt so aussagekräftig. Will ich damit sagen. What? Okay, wo sind wir jetzt? Äh. Entschuldigung. Das ist so... Besser. Besser. Verschwindet. Oh, je. Da hat doch noch links was geleuchtet. Ah. Nein. Nein, ich höre das nicht. Ich höre das nicht. Da hat es nichts geleuchtet, bist du dir sicher? Ja, du hast recht, Ben, du hast recht. Ja. Aber, war super. Ja, war irgendwie nichts. Ich will hier nicht runterspringen, Alter. So, wir gucken uns das hier hinten erstmal nochmal... Ach, rei. Ach, rei. Skelette. Skelette? Wo ist eure wirkende Meinungsverschiedenheit? Ja, das ist... Er ist gleich gestorben, als er seine Heilcheck gesehen hatte. So. Okay, alles klar. Internes Memorandum. An, ersten Offizier Fischer. Sir. Sie sollten über die Funksituation unterrichtet werden. Zu folgenden Zeiten haben wir versucht, Rufe abzusetzen. Ohne Erfolg. Um 01100, 01200, 01300, 01400, 01500. Alles klar, das war für den Arsch. Bis um 01400 konnten wir indirekten Funkverkehr empfangen. Seitdem herrscht jedoch absolute Funkstille. Möglicherweise ist unser Funkgerät defekt. Ich werde der Sache nachgehen und mich wahrscheinlich bis 0300 wieder melden. Private Cooper. Okay. Hat so semi-geklappt, glaube ich. Irgendwie, wie das aussieht. Scheiße, Alter. Scheiße. Oh. Oh. Ciao, bin ich lösser Junge. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir eine Waffe mit. Den packen wir ein. Der Kurs wurde aktualisiert. Das ist gut. Oh. Du solltest gar nicht hier sein. Ich sollte das nicht sehen. Ja, nee. Das... Was heißt? Scheiße. Oh, shit. Okay, von der sind wir gekommen. Das heißt, du willst dich jetzt da runterlassen? Wir müssen. Wir müssen tatsächlich. Das bleibt uns nichts anderes übrig. Das hat nichts mit Wollen zu tun. Oh, shit. Oh, oh. Quicktime-Event. Bestimmt, oder? Weitze? Okay, doch nicht. Glück gehabt. Oh, je. Oh, das sieht aber auch aus, alles, wa? Das ist... Oh, okay, okay, okay. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, ich muss mal eins kurz hier mal ein Schluck trinken. Ah, mh. Ein Schluck Zaubertrank. We're gonna call. Ey, das ist doch Brett. Das war doch Brett. Einzel? Ja, das war dann seine hässliche Hose. Ah, eine Kugel. Okay. Ja, das ist eine Kugel. Die läge ich wieder hin. Warum sollte ich denn jetzt... Warum sollte ich diese Kugel jetzt aufheben? Hm. Du kannst ja nur hochnehmen, kannst ja nichts weiter mitmachen, oder? Ja. Essen. Oh, mein Gott. Also, keine Ahnung. Also, warum ist er anwählbar? Nur so eine Frage für mich. Ach so. Einfach nur ein Zeichen, dass er erschossen wurde, oder? War das der Ganni? Oh! Nein. 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 Da ist los. Das war's mit dir. Ey, ich weiß nicht, wo diese beschissenen Tasten sind. Ja, fick dich doch, Alter, ehrlich. Da waren's nur noch drei. Eigentlich vier. Oh. Oh, da sind es wieder vier. Da sind es jetzt nicht wieder fünf? Wieso fünf? Alex, Julia, Conrad, Fliss und Brad. Entschuldigung, bitte. Richtig. Oh? Brad sah nicht gut aus. Ey, äh, aber, äh, ja, wie gesagt. Quicktime Events. Nicht mit diesen Pet, Freunde. Äh, wo bist du denn jetzt? Scheinbar eine Vergangenheit. Sind wir jetzt den Kapuzen-Typen mit dem, mit dem Stöckchen und dem Totenkopf da drauf? Das, I don't know. Pass auf, ich, weißt du was? Ich probier mal kurz mit Maus und Tastatur weiter zu spielen. Ja. Und vielleicht krieg ich da, die Quicktime Events ein bisschen besser hin. Jetzt muss ich erst mal ins Buch gucken. Halt. Na, und? Dreh doch mal. Guck mal, ich seh. Warum nicht? Was? Hä? Na, okay, alles klar. Muss die Taste loslassen. Uh, das sieht mir aber nicht gut aus. Schweigend mögen die Kabale sich versammeln. Aus fünf soll sie bestehen. Fünf von reinem Geist und Körper. Drei weiblich und zwei männlich. Aber alle von erster Geburt. Gehüllt in Kapuzen. Siegel. Wisset um die Bedeutung für den Magus und für das spirituelle Wohlergehen. Jünger, das vor dem Fest des Akramahari Ritual von Treskaya abhalten müsst, um zu bannen mit der Macht der Kabale die Dämonen. Das Pentagramm nun zeichnen und an jedem der fünf Primärpunkte stehen. Eine Jungfrau, der sie ihre Sinne beraubt, soll in der Mitte des Pentagramms ruhen. Nun erhebe die Versammlung mit dem Schwert in der Hand voll in Brunst ihre Stimme zu der Aufrufung, Anrufung des Soras. Wie sie stets, wie sie stet geschrieben. Wir fünf an jedem Ende stehen, doch können einander die Hände reichen. Pentagramm. Auf ewig die fünf Spitzen. Macht erfüllt. Wendet euch um 90 Grad nach und zeichnet. Das Unikursus. Rufet. An fünf Spitzen wir glauben. Das Schwert voran und proklamiert mit Festem. Mit Fester. Wir dienen. Wendet. Grad nach. Und zeichnet. Ukuvernale. Sigile. Das heilige Symbol. Nun in Ehrfurcht. Wendet euch nun nach Norden. Rufet mit Überzeugung. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles extrem wichtig ist, aber irgendwie... Ach, es geht noch weiter. Okay. Wissen Sie das? Warum blättern Sie das zurück? Achso, hast du schon alles? Oder was? Gut. Denn eben nicht. Okay. Oh, oh. Jetzt sag ich aber okay. Was, äh... Was ihr meint das? Also die Steuerung ist halt schon... Die ist halt mit der Tastatur sehr eigen irgendwie. Okay. Tatsächlich ist es die Definition von Panzersteuerung, Alter. Oh, 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 oh. Und hier ein kleiner, toller Blutbrunnen. Da möchte man auch glatt die Banane reinhalten. Und, hast du da eine Meinung zu, Mäuschen? Oder wie ist es? Wahrscheinlich nicht. Scheint ideal zu sein. Oh. Hier vorne hat es, glaube ich, gerade nochmal an dem Tisch hier. Aber das könnte sich auch... Nee, das war einfach nur eine Reflexion. Eine Reflexion. It's just a reflection. Reflexion. So, können wir heute spielen? Oh, ja, ja. Oh, so. Oh, ich bin ja mit dem Pad wieder. So, das ist ja... Also mit der Tastatur ist nicht schön. Mit Tastatur nichts schön. Nichts gut. Ja, vielleicht. Aber du weißt wahrscheinlich die Tasten nicht, ne? Ähm, wenn du beim Quicktime schnell wechselst. Auf Tastatur. Oh, hier. Guck mal. Und? Oh, Beethoven ist er nicht. Okay. Oh. Da, 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 da. He, he, he. Okay. Okay, sie läuft von allein, hä? Gut. So, dann gehen wir nochmal on stage. Meinst du jetzt, fängst du hier an, so'n Tanz aufzuführen, oder? Ne, ich denke mal so, hier irgendwie eher. Ich folge mal den blutigen Spuren. Okay. Diesen äußerst verstörenden Blickwinkeln. Ich hab' aber was vorbereitet. Nein! Oh, ich weiß. Ah, okay. Kann ich nix durchklicken. Aber hier hinten ist die Tür. Da gehen wir mal durch. Komm schon, Fliss. Nicht in den Kopf bei dir. Oh. Ein Bild. Ein, 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 ein Bild. Geh' doch hin. Ah, zwei im Kampf im Wasser und Kiel holen. Und Madame ist... Was war das jetzt gerade? Muss ihr sehen? Hinten? Ja. Eine Ecke? Ja. Der Kurator. Oder? Was ist der Kurator? Also, nicht er, sondern da stand er noch im Anzug. Ja, ja, ja. Also, im Anzug weiß ich nicht, aber... Oh, das ist er! Oh, nein! Mach nicht! Nein! Ui. Oh, shit. Meinst du? Ich... Skeletor! Das war Skeletor! Ja, aber was sollte man denn jetzt machen? Also, ich glaube, das war schon richtig. Julia. Julia. Ding, 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 ding. Hm. Hm. Hi, hi, hi. Oh, guck mal, er hat Schuhe an. Alex. Woher reagiert der? Ah, ich wusste doch, er ist ne Conrad. Oh, nein. Ah, die fighten jetzt richtig? Nein, oh, nein, bitte doch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Wo ist die denn? Diving deep in the ocean. Oh, shit. Oh, shit. Gut, weiter. Dreh dich doch um, Mäuschen. Ja, guck, guck erst mal in so in Ruhe. Mach erst mal in so in Ruhe. Guck dir die Leiche an. Oh. Wie? Sieht aus wie Alex. Oh, der Hering. Dafür hat sie doch... Nehme dir. Take the ring. Was ist denn das für ne skurrile Scheiße? Okay. Ah, okay. Sie war... Was? What? Oh, nein. Okay, also ich denke mal, der gerade stugt ist. Du bist dran. Oh, oh. Oh, oh. Achso, du willst Alex? Mal zieh deine Frau da jetzt da raus, Alter, du Lachsnacken. Ja, warte doch noch. Ich dachte, wir sind Julia heute jetzt gerade. Bist du... Okay? Danke. Das wär's gewesen. Wir müssen weg. Er ist noch dort. Dieser Typ. Biss! 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 Scheiße! Hä? Hä? Ihr wolltet mich überraschen mit dem ganzen Piratenabenteuer-Ding Und ich muss sagen, das war eine gute Idee, ganz ehrlich Ich meine, die ist lustig, echt lustig Aber die angeheulten Typen treiben es einfach zu weit Ich meine, Scheiße, erdreht durch, Alter Man kriegt diese Typen, die nicht gerade die Besten sind Und sie treiben es zu weit Wisst ihr, was ich meine? Wenn ihr also die Typen loswerden wollt Dann bin ich dabei Ich meine, diese Typen sind verdammt irre Die jagen uns durch ein Schiff Oh, 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 oh Alex! Julia! Ich muss die anderen finden Irgendwas Treiben Treiben Spielchen mit mir Ja, dann kommt es aber von außer Okay Hilft uns jetzt, Wasseraufbereitungsanlage mit Feldnotizen von Warrant Officer Knight Na, nicht wirklich, oder? Zieh mal aus, zieh mal ein bisschen weg Ja, hilft nicht Also Ist das ja Frachtraum? Scheint so Vehicles, Barracks Schwierig zu sagen, ne? Aber schön unheimliche Musik Oh, scheit! Du hast gesehen, was das war? Mhm Nein Wohl gesehen Oh je Oh je Okay Echt, ja? Ist das? Niemals Unmöglich Das kann nicht sein Oh, okay Fast nicht angezeigt So komm halt Jetzt musst du auf jeden Fall irgendwie Du musst cool bleiben, Alter Du darfst jetzt hier nicht abdrehen Du darfst hier nicht weiter irgendeinen gruseligen Shit ankicken So wie Diese Notiz Okay Blattanweisung Blatt von Captain Blattdreff 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 Man überbaut Voller Stopp Anker werfen Um Null Ah Ab 128 Erhielt dich die Noti Die Nachricht Man überbaut Informieren sie alle Einheiten Unter ihrem Befehl Und bereiten sie eine Such- und Bergungsmission vor William P. Ford Achso, warte mal Die Rückseite Die Rückseite Entschuldigt Bitte Also Sie sind wirklich irgendwie Wenn hier eine Aktion durchgeführt wird Eine Taste losgelassen wird Denn folgt erst mal zwei sekunden kein unfall ich habe ihn springen sehen na ist ja toll folgt erst mal eine ewig lange sequenz die du nicht abbrechen kannst wie zum beispiel das ablegen in der notiz sowie vorne haben wir noch eine lampe oder noch eine notiz ein internes memorandum so internes memorandum 14. armee division an alle offiziere captain ford hat den befehl ausgegeben dass der konsum von alkohol während dieser reise streng verboten ist jeden offizier der im oder außer dienst alkohol trinkt erwartet das kriegsgericht eure alkohol rationen werden nachträglich ausgegeben william p ford der krieg ist vorbei mit bullshit schön dass er jetzt aber noch so mit das ist scheiße übersetzt haben ja ich sehe schwarz hier für connie ok auf der rückseite irgendetwas oh klar like a candle in the wind so soll ich sie jetzt noch mal auf jeden oder was diesen unheimlichen kerzenständer kein problem das kann ich noch mal tun ja weil keine kerze mehr solle noch warm sein schöner humpen auf dem tisch hier hinten haben wir noch oh eh einen schrank eine flasche oh guck mal hat sich aber nicht so wirklich hier darin gehalten leere rumpflasche mit lasworten taten folgen hat er es wohl nicht so und er ist jetzt gerade ein bisschen beschwert dass sie leer ist ich meine jetzt man überlegen wir mal auf um ist er auf diesem schiff also da kann man noch bloß irgendwie durchdrehen irgendwann Toilette ja ich muss nachsehen was hinter der Tür ist oder ja musst du nee also muss er nicht na sondern doch ich muss oh Gott der ist ja völlig völlig am Ende sollen wir ja wir müssen ja wir haben ja nichts keine wahl Tja so Mist wie wird das verdammte Ding aufbrechen äh ja ok womit ich hab jetzt erstmal gerade so Kerzenständer wird es jetzt nicht werden irgendwie durch die Tür aber es war das einzige womit wir doch noch so interagieren konnten oder oder naja gibt es noch was anderes mal gerade ja wir können es aber noch nehmen aber die Frage ist ob er jetzt wirklich als solches aufnimmt es hat immerhin etwas gerecht ok ja tu es ok alles klar ha gut genug für die Tür du hörst du hörst den Button die Maschie hier von mir ja ich what hallo ist das das richtige Zimmer ja oh fuck mann war klar mann war klar wut oh ne 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 uuhh ie ie Ih! Nein! Oh, Mäuschen. Nee, lass mal gut sein, Alter. Heute nicht. Nur kuscheln heute. Oh, Gott. Oh, Alter, die ist aber flink, Alter. Das fand ich so gut. Das fand ich so gut. So, ja, ich zück mir nicht. Guck mal, alle werden jetzt sterben. Wollen wir leider schon, alle werden sterben. Mist! Wer ist hier? Das ist dann, Kiepsi. Nämst du mich etwa mit mir rein? Oh. Was hält denn schon wieder? Hast du das gesehen? Ne. The man in the suit. Und? Das ist deine Julia. Renn. Schön. Schön, er ist der Sportler. Hürdenlauf ist nicht sein Ding. Ja, wahrscheinlich. Oh nein, 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 nein. Nicht gut. Fuck. Fuck. ja ich bin es und jetzt los als ob das jetzt es ist aber jetzt hier nicht wohl sind wir sicher wir haben sie uns nicht genau oh hallo es gibt eine wendung spiritueller natur nicht jetzt sind zwei tod dabei lief es so gut wieso ist denn brett und hat jemand brett gesehen und was ist mit conrad er oder er sie wären besser weniger sorglos herausgefunden was los ist wie man es aufhält wie man das leben ihrer glücklosen passagiere rette sicher hoffe ich obwohl die vorigen schiffspassagiere daran wohl gescheitert sind gab eine menge tote damals lassen sie mich helfen mit einem hinweis ja und was hast du mir ist es bewusst die ist es bewusst ok na gut dann gib mir hilfe nun dann wie sag ich das nur womöglich sind hier kräfte am werk mit einem wissenschaftlichen und vielleicht auch einem politischen hintergrund nicht übernatürlich vielleicht begreifen sie langsam so einiges das alles und jeder vielleicht dem anschein nicht ganz stand hält ich hoffe das ist und wollen sie nicht gern herausfinden was ihre glücklosen seelen von all dem halten und wie sie vielleicht weitere unnötige tragödien verhindern na los weitermachen bis bald alter was ist brett jetzt tot oder was zwei leute sind tot ja conrad haben wir ja gesehen naja conrad ist irgendwo in so ein loch gefallen und ok er ist ein bisschen blöd aufgekommen aber ja nur für eine sekunde ich wollte hinterher und er war weg wohin warum das das ergibt keinen sinn vielleicht ist der verletzt schwer sogar er fiel und zwar so dass man nicht mehr aufsteht nein 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 ok wir gehen jetzt zurück und wir werden meinen bruder finden Julia er liegt vielleicht im sterben wir müssen ja stimmt nur nicht jetzt hast du brad da unten gesehen mein Bruderinstinkt spielt gerade ganz schön verrückt da unten lief irgendeine total gestörte Zeremonie ab jemand sah mich dieser eine Arsch da drin griff mich an Moment was attackiert meinst du denn ach scheiß war das vielleicht ernst kein Problem babababa oh nein oh nein so ein Arschloch in der Kutte ich weiß nicht wenn Brad eines kann dann ist es Konfrontationen vermeiden was ist nur auf dem verdammten Kahn los ich hab echt das Gefühl dass da irgendwas was böses etwas wirklich böses am Werk ist gehen wir das ganze doch ruhig und vernünftig an ok was ich dort gesehen habe da waren diese alten Soldaten sie lagen überall sie waren tot doch dann standen sie auf das das klingt gerade gar nicht mal so verrückt Alex war nicht der einzige Alex wovon redest du da da liefen so Dinger herum mit seinem Gesicht mit Alex Gesicht es war so furchtbar Julia ich würde doch nie das weißt du doch ja ich weiß aber das kann doch alles nicht wahr sein eins davon vielleicht aber doch nicht der ganze Scheiß das kann kein Zufall sein hier muss doch irgendwas vor sich gehen hier muss doch irgendwas vor sich gehen was wissen wir denn jetzt sicher was ist real ja verblüfft wo ist das Goldene bin ich verrückt oder sind wir auf einem Geisterschiff das wollte ich auch gerade sagen ja wo ist die Crew erforscht was ist hier nur los was denkt ihr ist wirklich mit dem Kahn hier passiert keine Ahnung die Zeitung war von 1947 verblüfft wo ist das Gold misstrauisch dieser Ort ist seltsam ja das ganze Schiff ist seltsam dreckig stinkend seltsam ja und ich hasse es es ist schwer zu sagen was real ist wir kommen am Brot verblüfft wo ist das Gold okay wo ist die Crew was ist mit der Besatzung passiert wo sind sie alle das ganze Schiff stinkt nach Tod es ist wie ein Grab woher stammen die ganzen Leichen es sieht so aus als könnte man echt vor Angst sterben denn ich glaube genau das ist den Männern hier passiert wir wissen mehr als vorher wenigstens etwas die Zeit wird knapp wir müssen uns jetzt entscheiden wir müssen hier weg ohne die Verteilerkappe kommen wir hier nicht weg wir brauchen sie genau hier muss doch ein Funkgerät sein das könnten wir benutzen nimm das Maschinengewehr da oben die Flakabwehr ich schütze wie wir da rauf kommen alles ja es ist äh man sieht geil aus ey aber was hat jetzt die Fliss mit dem Conrad äh äh am Hut also woher soll sie wissen dass er gestürzt ist oder war sie diejenige die ihn verfolgt hat und er hat einfach nur sie als ne das kann sein ich gehe aber eher wirklich davon aus irgendwie das jetzt einfach aber habt ihr das Flugzeug abgeschossen zu dem wir getaucht sind okay äh was halt natürlich sein kann ist jetzt halt das Spiel wird eine gewisse Anzahl an Cutscenes haben und die aufgrund unserer Entscheidung im Spiel aneinander rein und ich denke mal das Spiel ging jetzt vielleicht von aus dass Fliss am Anfang wo wir alle in einen Raum eingesperrt wurden ähm nicht gegrabbelt wurde sondern wahrscheinlich ist es vielleicht so im späteren Spielverlauf dass die sich trennen also Alex und Julia alleine und Fliss und Conrad so würde ich das jetzt mal interpretieren es kann aber natürlich auch sein irgendwie dass äh Fliss die die Alde war Oma wir parsheppen jetzt vorher war sie Marilyn Monroe mäßig unterwegs ne die war so ein bisschen so Pinup Girl mäßig richtig aber äh äh hoppala aber halt so für Senioren Toll die wären nützlich ohne die ganzen Legs ja Senioren Pinup Girl aber vor allen Dingen ist das doch krass das so mit dem Bart unten äh oh die Bart stopp ne und da mich so ein bisschen an äh an Braindert gefühlen Leihunde oh ich glaubt da schüttelt sie so oh gehts darauf leider nein aber ich halte meine Augen offen das ist schön 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 wow können wir ah hier ist was hier ist was ich halte meine Augen offen verdammt meine Seite oh ja man muss die Taste natürlich auch gedrückt halten Seide Seide nimm die Seide in die Hand Anweisungen für Gasmasken stellen sie sicher dass ihre Maske korrekt sitzt bevor sie anderen helfen im Falle eines Gasausstrittes oder Gasalarms erstens geraten sie nicht in Panik bleiben sie ruhig und rufen sie laut und deutlich Gas 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 um weitere Personen in ihrem Umfeld zu warnen halten sie den Atem an zweitens platzieren sie die Gasmaskentasche unter ihrem linken Arm ziehen sie den Schulterriemen über ihre rechte Schulter und hakeln sie ihnen in die Tasche ein schließen sie den Gürtel um ihre Taille entfernen sie ihren Helm drücken sie die Maske mit beiden Händen gegen ihr Gesicht drücken sie zunächst die Maske gegen ihr Kinn und ziehen sie dann über ihr Gesicht und die Befestigungsriemen über ihren Kopf viertens entfernen sie eventuell eingeschlossenes Gas schließen sie das äußere Ventil und atmen sie stark aus drücken sie dann alle verbleibende Luft mit den Händen aus der Maske fünftens prüfen sie ob die Maske dicht ist nehmen sie den Schlauch mit ihrer Hand zusammendrücken und dann einatmen die Maske sollte um ihr Gesicht herum in sich zusammenfallen tut sie das nicht können sie die Maske ein Leck haben überprüfen sie den richtigen Sitz der Maske und wiederholen sie den Test bis die Maske in sich zusammenfällt um sicherzustellen dass kein Leck vorhanden ist irgendwie habe ich auch da das Gefühl dass wir das wahrscheinlich noch machen müssen irgendwie hast du also alles gemerkt Benni? ja natürlich ja so ok können wir denn jetzt Perspektive des Grauens wo hat er denn aber einen Aufgang gesehen? ok guck mal da oben leuchtet noch was so dann werden wir wohl jemanden hochheben müssen hey wie wärs mit etwas Hilfe? ja ich bin auch dafür dass Julia uns hochhebt ich glaub da geht's nach oben hilf mir hoch ich jetzt was für ein gentleman ich zieh dich hoch sehr weit mhm ok wie ist ihr jetzt schon wieder vorgegangen? ja Fliss ist anscheinend schon wieder Fliss hat sich verfliss Warte mal, können wir hier unten nochmal um die Ecke gehen? Ach nee, da ist Abgrund. Abgrund, gähnende Leere und seelenverschlingende Schmerze. So, da jetzt lang ist. Es ist halt schwierig, ne? Man hat halt immer so die Wahl. Die geht man jetzt nach da, geht man jetzt nach da. Und hier haben wir gar keine Wahl. So. Aber auch hier, ne? Komm jetzt. Ach, okay. Gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen erschrocken, als ich das gesehen habe. Und er ist doch so ein entspannter Walker. Nein, echt. Deine Theorie hat ihn gehauen, Alter. Oh nein. Deine Theorie hat ihn gehauen, Benni. Aber was ist mit Brad? Brad wird vielleicht der Typ in der Kutte gewesen sein. No. Hier drüben. Hier kommen wir durch. Ja, Tür ist zu. Ich weiß nicht, wie du zu der Behauptung kommst. Da war aber was auf Spannung. Aber richtig. Da war noch ein Lädchen da. So, jetzt ist es... Oh, oh, no, Alter. Eigentlich müsste man zum Funkraum. Zum Funky-Funky. Naja, der Funkraum dürfte jetzt hoffentlich nie so weit von der Brücke entfernt sein, ne? Oh, shit. Warte mal, guck mir noch mal ganz kurz mal die Innen-Ecke an. Oh, ein Bild, ein Bild. Ein Bild. Ein Bild. Dunk. Okay. Einer der Piraten hat sich erschossen. Ja, das wäre okay. Also, für mich wäre das okay. Ja, ich weine jetzt der Sache auch nicht unbedingt viele Tränen nach. Gut, wir werden noch nie trauern. In den Medien. So, Logbuch. Logbuch. Hm, im Logbuch steht was von dem Sturm. Morgens, also, Morg. Seegang nimmt Wellen bis zu 6 Meter Höhe. Kein Schaden gemeldet. Nachmittag. Wetter verschlechtert sich weiter. Wetterfeuersage ebenfalls. Die Crew hält sich gut. Morgen. Winterrecht. Stromstärke weiterhin zunehmend. Außergewöhnliches Wetter. Mehrere Blitzanschläge im OM. Äh, Obermast? Hm? Jedoch ohne größere Schienen. Schiff nimmt etwas Wasser. Doch die Lage ist unter Kontrolle. Navigator. Dead. Wassertiefe als einschätzbar. Okay. Betriebslogbuch der SS Orange. Und dann. Morgen. See beruhigt sich. Mittag. Lichter Nebel. Nachmittag. Stärkerer Seegang. Nachmittag. 37. Sehr dichter Nebel. Mitternacht. Bis Nachmittag. Weiter ein dichter Nebel. Okay. War jetzt nicht so unbedingt das große Aussagen-Lockbuch irgendwie. Aber, naja. Das erwartet man jetzt hier auch Gossip. So, gehen wir hier durch? Oder gehen wir durch die andere Tür? Du gehst auch da durch. Ah, okay, alles klar. Geht nicht. Okay. Dann müssen wir wieder zurück. Oh Mann, das ist wirklich ärgerlich. Schade, dass, äh, dass schon zwei tot sind. Das ist schade. Ich meine, gut. Noch wissen wir es nicht so hundertprozentig. Ne? Aber, woher hätte man es auch wissen sollen? Nein, aber es muss ein Bunkgerät auf dem Schiff geben. Da muss ein sein. Na, Schätzchen? Alles gut. Möchte sie jetzt mit deiner Freundin, äh, flirten? Naja. Möchte sie beruhieren. Ja, möchte ihr quasi Schutz und Wärme bieten. Oh, was haben wir denn da? Hier stimmt was nicht. Wenn man nach San Francisco will, ist diese Route total verrückt. Sieht so aus, als wollten sie sich anschleichen. Ein Versteckspiel. Auf dem Ozean. Mhm. Okay. Tatsächlich könnten wir hier mal kurz gucken, ob wir, äh, bezüglich, oh, ha, oh, oh, ha, okay. Ja, wir haben hier Heimnisse gefunden. Äh, was ist denn, okay, alles klar, Patronenhülse. Oh Gott. Oh Gott, Benni, das ist so viel. Das ist so viel. Oh, Chöre, Chöre Funk. Chöre Funk, aber vorher lese ich mir erstmal nochmal diesen Wisch durch, der hier liegt. Rezept. Plätzchen. Oder auch gar nichts, ist gar nichts. Das Schiff kam vom Kurs ab, schlechte Sicht, mieses Wetter. Sie verloren die Orientierung. Ja, letztendlich, ja, er hat es zusammengefasst. Oh, ein Stempel, geh nimm mal mit. Okay, hier geht nichts weiter. So, dieses statische Rauschen erinnert mich etwas an Silent Hill. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, hier haben wir was. Ja, so, Staff M hört doch. Warte. 146, 146, 142, 39, 3, 5, 246, 731, 5, 13, 16, 69, 8, Okay, 52, 136, 186, 136, 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 13 Und sag was? Sachlich, oder? Sachlich, natürlich. Unsere Koordinaten sind, wenn er sie weiß. Das ist eine schöne Aussage. Interessant. Ich könnte das jetzt nicht so wiedergeben. Wiederholen. Wiederholen. Wir sind auf einem alten Frachter. Wir glauben, es ist die Ourang Medan. Hallo! Hallo! Hört mich jemand? Bitte kommen! Ah, fuck. Seht mal hier! Ja, ein Loch. Toll. Und was ist da? Das muss irgendwo hinführen. Vielleicht können wir den Strom wieder anschalten. Wir brauchen Strom für das Funkgerät. Sollte einer hier bleiben, falls uns jemand anfunken will? Ich gehe. Natürlich. Ich komme mit. Hey, was? Julia, nein! Oh, du kannst nicht ewig den Beschützer spielen, Großer. Ich schaff das. Glaub mir. Hey, hey. Wenn Julia meint, sie schafft das, schafft sie das. Thema du. Okay. Du und ich, Julia. Aha. Hm. Das hat ja super funktioniert. Das war ja toll. Guck mal, ein Loch. Das muss irgendwo hinführen. Lass uns mal da rein springen. Alter. Überall offene Runden, Alter. Tetanus. Blutergefügt, Alter. Das volle Programm, Alter. Oh. Aber schon Pflaster drauf. Alles noch heil? Ja, das ist ja noch von, ne? Sind alle in Ordnung? Das ist am Tauchgang. Mhm. Sind wir in Ordnung? Ja, mir geht's hier gut, ganz ehrlich. Mir geht's gut. Kannst du irgendwas sehen? Wir müssen den Generator finden. Wenn wir ihn in Gang kriegen, hat das Funkgerät Strom. Ich warte hier beim Funkgerät. Oh, ein Feuerzeug. Hier. Ey, wir haben noch ne Taschenlampe. Wahrscheinlich irgendwie wir uns trennen, ne? Hey. Nach dir. Ach so. So, aber lass uns mal eins kurz... Der untere Bereich des Schiffs. Mal eins kurz mal, äh, 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 ein Resümee ziehen. Ja. Der Kurator hat uns den Tipp eben irgendwie, es hat vielleicht gar nicht unbedingt einen übernatürlichen Ansatz, sondern eher einen strategisch-wissenschaftlichen. Mhm. Also, haben wir, also letztendlich, okay, wir wissen, es ist ein Gas ausgetreten irgendwie. Es wird wahrscheinlich halt ein, ne taktische Waffe sein irgendwie, also halt ne Bio-Waffe. Ähm. Ich denke, wir sind uns einig, Benni, dass alle halluzinieren, oder? Ja. Also, wir gehen mal jetzt von aus, es gibt keine richtigen Geister, keine echten irgendwie. Die Leute erschrecken sich halt einfach zur Tode, kriegen einen Herzschlag irgendwie und bim bum bam, das war halt. Uns geht's genauso, es ging Conrad so und es ging auch Fliss so. Als sie eventuell oder eventuell auch nicht Brad erstochen hat, in dieser Kutte. Warum er diese Kutte getragen haben sollte, ist jetzt erstmal unklar, oder Fliss hat sie schlicht und ergreifend hallizioniert. Kann auch sein, ne. Während Brad von Fliss ebenfalls verfolgt wurde und, äh, nicht Brad, sondern Conrad. Und Conrad in Fliss diese alte Frau gesehen hat. Und dann durch meinen totalen Nuwiers Button ihr Möscher abgestürzt ist. Also, wuh, okay. Also, frag mal eins blöd, äh, nur falls wir uns irgendwann mal für irgendwas entscheiden sollen, irgendwie. Ja. Dass ich denn auch schon, oder, dass wir uns einig sind, irgendwie, was wir denn nehmen. Alter, hier ist eigentlich viel zu lesen. Bericht des Schiff, Art, Death. Protokoll des Treffens zwischen Wissenschaftler X, CWO, Walter Bischoff. Ah, Walter Bischoff! Äh, Fringe. Nice, cool. Und CWO Tom Palmer mit Sergeant Peter Butt als Besitzer und PE. Hm. X für das Treffen mit unserem Team. Es gäbe viel, dass man voneinander lernen. Stimmt ihm zu. Die westliche Welt müsse den übeln, die USA seien darüber informiert, dass gewisse Stellen, den von chemischen und biologischen Substanzen in der Kriegsführung erforschten, unsere Aktivitäten durch das Genfer Protokoll eingeschränkt, hätten Experimente unmöglich. Beschreibt eine während des stattgefundene Untersuchung. Es wurde die Wirkung eines in Molekülkristallformen vorliegenden Halluzigens mit Codename Manschureigold, aha, auf Menschen getestet. Es war bereits in geringer, signifikanter Halluzinationen, sehr überzeugend Versuchspersonen sahen und hörten Dinge, die in Wahrheit nicht vorhanden waren und dies selbst. Wirkung sei vielfältig. Groß, gleichbleibend, intensiv. Ja, ich... Okay, alles klar. Damit dürfte denn klar sein, was das Manschureigold ist. Es ist eine chemische Waffe, die eben hier an Bord ausgetreten ist. Es hat hier wohl einen größeren Streit gegeben und dieser Charlie hier musste ins Loch. Hm. Charles Anderson legte außer Dienst betrunkenes Verhalten an den Tag, dass ich... Warte mal, das stritt unter anderem, das hatten wir sogar schon mal vorgelesen, ganz am Anfang. Zehn Tage? War wohl echt heftig. Ja. Okay, also dieses Manschureigold, dieses Gas hat also auch natürlich die komplette Besatzung plattgemacht. Brick. Woche 27, Montag. Arthur Miller, Private. Diebstahl, einen Tag. Hatten wir auch schon mal vorgelesen, oder? Unbefugster Zutritt. Eklatante Missachtung von Befehlen. Freitag. PFC Louis Brand. Trunkenheit in der Öffentlichkeit. Ein Tag kraft. War während des Landes getrunken. War unangemessen verhalten an den Tag gelegt. Trunkenheit etc. Genau. Hatten wir schon, hatten wir schon. Ja, Trunkenheit und Trunkenheit. Genau. Das waren denn die Soldaten aus dem Intro Kapitel. Charlie und Joe. So. Das ist nur die Frage, sind wir jetzt hier in den Zellen? Also. Das sieht mir wie die Krankenstation aus. Achso. Ne, ne. Das könnte, könnte, könnte das Loch sein. Also wir haben hier halt hier Betten, ne? Aber wir haben hier auch so was, so eine Zelle hier, ne? Ja. Das ist das Loch. Okay. Okay. Ich werde hundert heiße Wälder brauchen, falls wir hier rauskommen. Wir kommen hier raus, Julia. Ich hoffe, du hast recht. Denke ich hier falsch. Na ja. Diesen Ausflug zu machen. Damit hast du schon mal Falsche Legen, mein Freund. So. Was haben wir hier? Hier vorne gleich. Gilt es A zu drücken. Oh mein Bild. Oh mein Bild. Take a look at this picture. Ah, es ist der Sohn von Joe. War vielleicht der Sohn von jemandem an Bord? Oh Papa, komm bald zurück. Ja. Es wird nix, Joe. Sorry. Sorry, kleiner Joe. So. Wow. Oh Mann. Ja. Was ist jetzt so geil hier dran? Was unterscheidet das von den 20 anderen Leichen, die du da vorgesehen hast? Er trinkt ein Kind. Er ist Arzt. Und, wieder mal was zu lesen. Okay. Ah. Ne. Dreh's um. So ist gut. Name des Patienten. John Patterson. Run private. Geboren in Rovalet, Texas. Geboren am 24. Februar 1922. Rekrutiert. Stationiert. Garland, Texas. Datum. 2. März 1941. Gesamtdienst. Army. 3 Jahre. 5 Monate. Krankengeschichte. Diagnose. Schwache Neurose. Untauglichkeit. Ist nicht auf Fehlverhalten zurückzuführen und trat im Dienst auf Bestand zur Rekrutierung. Nein. Aktueller Zustand. Dienstauglich. Voraussichtete Dauer. In Zukunft. Vorübergehend. Vorübergehend. Empfehlung. Genaue Beobachtung und erneute medizinische Untersuchung in einer Woche. Bericht. Heute habe ich Private Patterson auf der Krankenstation untersucht. Während der Visite litt er unter starken Angstzuständen, die mit den Anzeichen von Panik übereinstimmten, welche ich bereits während seines Wachdienstes zum Anfang der Woche beobachtet hatte. Ich hatte Patterson heute zu mir bestellt, da ich glaube, dass seine Panik von eindringlichen und verstörenden Erinnerungen begleitet wird. Bisher konnte er seinen Dienst fortsetzen, da seine Symptome nach Beendigung seiner Wachschicht stets nachließen. Er gibt an, dass solche Symptome für ihn sehr ungewöhnend sind. Turnaround. Private Patterson ist 25 Jahre alt und hervorragender körperlicher Verfassung. Hat keinerlei bekarte Vorerkrankungen und eine makellose militärische Karriere. Im Verlauf der Untersuchung gelang es ihm, sich zu beruhigen. Einfache Tests wie Sprachfähigkeit, Reaktion und Erinnerungsvermögen und Entscheidungsfähigkeit verlief normal. Klarer Fall von PTBS. Posttraumatische Überlassungsstörung. So. Okay. Okay. So, haben wir jetzt hier noch etwas. Was wir jetzt hier auf der Krankenstation abgreifen können. Das sieht nicht so aus. Oh, sieht doch fies aus, ey. Na? Was hast du hier? Ne, ohne reden? Ne, gut. Ohne reden. So, hier hinten können wir... Ist auch nichts zu nehmen, dann muss man wohl durch die Tür. Warte mal, hier wird geleuchtet oder ist das jetzt bloß die Reflektion? Hier vorne kann man wahrscheinlich die Leiter runterklettern. Würde ich jetzt echt unten jahren irgendwie, aber es... Ne? Das Spieseln scheißt auf meine Meinung. Schau dir das mal an. Schau. Da unten. Mit ihrer Lampe. Was ist denn? Was ist denn da? Was sehen wir? Hier muss ein Generator sein, stimmt's? Nein, ist raus. Also, ich muss mal jetzt... Die Leiter ist... Ich kann mich hier fallen lassen. Halt! Bist du okay? Ja. Klar. Komm runter. Was ist... Was? Hä? Die Leiter? Hey, ich kann mich hier fallen lassen. Warum? Weil... What? Ich hab manchmal das Gefühl, dass gewisse Dialoge... Achso, okay, die Leiter ist halt einfach kaputt, ne? Irgendwie... Irgendwie abgeschnitten sind teilweise. Äh, ja. Oder halt auch einfach, äh... Ja, der... Übersetzung zu... Fuck! Was ist? Hast du das Licht gesehen? Klar. Nein. Natürlich nicht. Ähm... Hallo? Ja, ich glaube, ich sehe zum ersten Mal seit langem wieder klar. Nichts hat mich angegriffen. Also... Das Schiff hatte Manchureigold geladen. Was aber überhaupt kein Gold ist. Es ist ein Gift. Und dieser seltsame Dunst ist überall. Vielleicht ist das das Manchureigold. Und vielleicht atmen wir es ein und es lässt uns total ausrasten. Ich hab verdammt durchgeknalltes Zeugs gesehen. Vielleicht darf man's nicht glauben. Ich hab halluziniert. Wenn das alles wirklich stimmt. Die Crew hatte vor irgendwas total Angst. Ja. Sie sehen all diese kranke Scheiße überall und sie dachten es wär real. Ob das irgendwie mit dem Flugzeugwark da unten zusammenhängt? Ich weiß nicht. Vielleicht kam es zum Kontakt mit dem Schiff und... Nur ne Theorie. Oh Gott. Okay, lasst uns gehen. Klingt sehr nach... Sehr nach starkem Plural. Äh, ja, Benni du wirktest gerade überrascht? Ne, also äh... Dass er selber drauf gekommen ist, das hat mich ein bisschen überrascht. Ja, die Einsicht war natürlich sehr... Ja, ja. Oh, Moment mal. Ich bin diese Leiter runter gesprungen und plötzlich... Nein, das ist klar. Die Figur, die da vorne von links nach rechts lief, ist nicht real. So, okay, das... Also, ich muss mal sagen, ich könnte jetzt einen Scheiß hier anrichten irgendwie. Wenn das jetzt heißt, irgendwo einen Generator hier finden... Für mich sieht das alles wie böhmische Läufer aus. Für mich ist das hier alles ein Generator. Also, ich... Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht... ...was ich jetzt hier anschalten müsste auf diesen Drecksdampfer. Wenn wir Urlaub in Japan gemacht hätten. Echt? Benni, wie ist mit dir? Könntest du dich jetzt ad hoc hier zurechtfinden und sagen... Ich hab jetzt den Generator gefunden und ich schmeiß den mal an. Ne. Also, ich würde wahrscheinlich an jedem Rädchen, woran ich vorbeilaufe, versuchen zu drehen. Ich so, jo, guck mal. Genau. Einfach um zu gucken, was passiert. Das war das Abwasser. Und wieder Nebel. Oh je. Aber? Euch? Echtetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, wo ist das denn? Hier ist er! Achso, nicht. Genau. Ja, okay, gut, dann kippen wir jetzt halt als Generator. I do it, Baby. Ich wollte gerade sagen, man muss ja erstmal wieder hochkommen. So, und du fängst jetzt mal gleich los. Hören Sie, mein Boot ist weg. Sie haben uns entführt und greifen uns auf dem Frachter an. Bitte machen Sie schnell. Das ist jetzt eine kleine Sau, Alter. Rettungsteam ist unterwegs zu Ihrer Position. Over. Und ihr habt doch verstanden. Okay. Oh, scheiße. Das ist ein Stück Schwott. Die Lampe hat wohl gesagt. Gummilampe. Okay, und wir laufen erstmal durch ein bisschen Mancherei-Gold. Wie kommt er da hin? Das haben die Fischer wohl von der Duke. Ob es noch funktioniert? Äh, vielleicht noch ein paar Minuten Luft übrig. Lohnt sich das denn? Das kostet nur Zeit. Nein, Mann. Und? Sag was. Nimm es mit? Hallo? Nein. Wir nehmen es mit. Teile des Schiffs sind komplett unter Wasser. Deswegen hätte ich das jetzt aber nicht mitgenommen. Ich hätte das wahrscheinlich eher wegen dem Gas. Guck mal, das Konrad ist Koni, Alter. Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! 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 Das ist das monster. Ich bin zu versen, oder? Ich fühl mir diese Mentele! Ich bin so! Ich bin so! Das was du erzählst, sind scheinbar! Also, ferme dich, scheinbar! Hör! Hör mir! Nein! Mach das! Ich hab dir gesagt, zu ferme deine scheinbar! Oh fuck! Hör doch die Fresse! Erstmal schön in der Stechen und dann aber erstmal schultern. Die Verteilerkappe. Oh! Jetzt müssen wir aber clever sein, weil die darf nicht kaputt gehen. Ja, das ist nicht der Scheiße. Na und? Wird dir klar, wo du gerade gemacht hast? Ja! Jetzt bin ich, die kommen zu suchen. Die Menschen kommen zu suchen. Die Menschen kommen zu suchen. Ich hoffe, du Schein! Ich hoffe, du Schein! Sehr gut! Du gehst zu suchen! Alter! Die quietschende Pistole, ey! So! Wir holen uns erstmal ein Messer! Oh jetzt... Ach krass! Jetzt schleicht er auch noch so! Mein Gott! Das Messer hat er doch wieder mitgenommen, oder? Ah fuck! Das stimmt! Total krank! Der ist komplett durchgedreht! Ja... Das... Also... Ja... War er auch schon, als er euch auf eurem Boot überfallen hat, aber... Anriege ich damit! So... Fuck! Oh! Scheiße! Verdammt! Und? 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 Renn! Renn! Liegs ansehen! Scheiße! Haben wir die Verteilerkappe? Naja... Hat keiner mitgenommen. Ich werde euch finden! Ihr kleinen Scheißer! Ist er die in der Hand? Ja... Hat er... Wo ist das Problem? All das Gold zu teilen, eh? Es muss doch wohl genug für alle da sein! Mehr als genug! Die Händen hier... Die Händen hier... Die Tannen hier, oder? Aber ihr wollt mich ausboten! Ganz ruhig! Wenn ihr nicht das ganze Gold kriegt... Lasst ihr mich lieber hier... Krippieren! Aber ich bin der Captain! Ich hab das Sachen! Und ich entscheide, wer bitte geht! Und wer bleibt! Chill deine Basskumpel! Und? Äh... Selbstbewusst mal sehen, was er macht! Wir bleiben versteckt! Mal sehen, was er macht! Mal sehen, was er macht! Aha! Die amerikanischen Schnüsel kommen in ein... Schnüsel! In der Hoffnung, dass wir die... Die Sache nicht... Shut the fuck up! Nicht jetzt Benni! Mann! Wollen wir jetzt hier denn die Tür zu... Mist! Jetzt haben wir den Kreislauf hier nicht mehr! Scheiße! Alles gut! Erstmal! Was? Okay! Keine Bewegung! Und keiner von euch verwandelt sich hier! Was? Das war die Stelle, wo er sich erschießt eigentlich! Und Hände hoch! Sachte! Das war natürlich schön, wenn er das jetzt tun würde! Nein! Nein! So doch nicht! Keine... Verwandlungen! Was ist denn für Verwandlungen? Bitte! Nein, er halluzioniert! Wir haben kein Problem mit dir! Wir wollen nicht einfach nur hier raus! Bitte! Tut mir leid, aber... Solange ihr atmet, habt ihr keine große Alternative! Ihr habt keine Wahl! Ah! Nicht noch Wahl! Es verwandelt sich wieder! Was? Was meinst du? Bleibt weg! Bleibt weg von dem Dunst! Hey! Da ist nichts, Mann! Dieser Dunst! Nicht einatmen! Und? Das ist kein Dunst! Skeptisch! Welcher Dunst, Mann? Du... Du hast ihn gesehen! Er ist überall! Gelb! Wabbert überall hin! Er ist jetzt drin! Hier bei uns! Jetzt! Bitte beruhige dich! Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Ich hab das Zeug nicht eingeatmet! Bitte! Versprochen! Ihr habt ihn eingeatmet! Es passiert gleich! Ich spüre es! Ich spüre es! Ich spüre es! Äh... Besorgt! Okay. Gut. Da war etwas im letzten Raum. Nebel oder Dunst vielleicht. Ich hab's ja... Ich hab's ja... Gesagt! Hast du eingeatmet? Wir haben die Luft angehalten. Nein! Nein! Ich mein, wir haben die Luft angehalten! Wir haben kein Dunst in uns! Was? Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher! Aber das kaufe ich euch nicht ab! Wir sind hier unten! Seit Stunden! Fuck! Könnt ihr so lange die Luft anhalten? Seit Atemschutz hier rät! Haltet ihr sich jetzt auch an? Oh Gott! Der Dunst ist in mir drin, oder? Er ist in mir, nicht wahr? Ja! Ist er! Ist er! Ist er! Ich spüre, wie sich alles in mir dreht! Er verwandelt mich! Irgendein drin! Und? Ich will eigentlich gar nichts machen! Ich will, dass er äh... Schießt! Was passiert denn dann, wenn wir nichts machen? Fluss! Lügt nicht! Ihr seht es doch alle in mir, nicht wahr? Ja! Ihr lucht doch alle! Der Dunst ist in mir! Ich bin von innen auf! Hey! Schieß! Halt! Tu's nicht! Und jetzt nimm die Waffe! Verdammte Scheiße! Oh fuck! Benni, wir müssen reden, Alter! Warum?! Er einführt uns! Eiskoter Typ, Alter, ey! Weißt du... Jetzt hat er auch noch die letzte Kugel genommen! Nimm trotzdem die Pistole! Abschreckung, Junge! Abschreckung! Den willst du abschrecken? Die sind irre! Ja, den anderen... Die sind wahnsinnig spitzen... Hoh! Pistole! Ja! Hier, ihmchen! Sie macht hier ein auf Lara Croft und und... Toll! Echt total super! Hät? Was ist denn jetzt passiert? Scheiße! Ja, klar! Hier zu ertrinken macht ja mehr Spaß als im Meer! Warum nicht? Hmmm... Hmmm... Warum rennt sie so... Schreiend drauf zu? So! Dann gucken wir doch mal, wie wir da am besten jetzt hinkommen! Können wir die wegschieben? Da vorne? Vielleicht irgendwas Tolles dahinter zu finden? Nein! Es ist dir total egal! Aber ich muss jetzt wirklich an der Stelle... Ja, und ich wiederhole mich, aber ich muss wirklich diese Grafik feiern, ne? Die ist ja... Geil! Grafisch ist das Spiel mega! Also! Dann hab ich wirklich so an die alten Resent Evil Sachen irgendwie wie... ...schöne, voll fertigte Kameraperspektiven... Ohohohohohohohohohohohohoho und den 0 liegraüchen in den Schreckeffekte, scheiße so ah ich hat hier dadurch í gång dadurch aber so endgültig äh ich guck mal hier noch real, hallo?! Oh shit und jetzt macht's Capoof Tür zu Oh, du Scheiße. Hallo? Stumme Revierkontrolle. Kann man hier reingucken? Und Nebel. Ein Bild, ein Bild. What? Hä? Wer war er denn? Das war jetzt aus dem Fenster und Sarah, das ist ein Charakter aus einem anderen Dark Anthology-Picture-Game gewesen. Okay. Das war der von... Also ich durche nur daran, dass ich den Schauspieler gerade erkannt habe. Aber wir spielen doch den ersten Teil, oder? Wir spielen den ersten. Also ja, der als erstes rauskommt. Oh, eine Machete? Nimm die mit, Mann. Ne, das ist keine Machete, das ist nur ein Lappen. Das ist ein Handtuch. Oh, und ein internes Memorandum. So, okay, alles klar. Internes Memo an alle Stabsoffiziere. Unser Such- und Rettungsmission, unsere Such- und Rettungsmission in der Gegend haben wesentlich mehr Ergebnisse erzielt als erwartet. Unglücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Das ist ja toll. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in der Wasseraufbereitungsanlage ausfindig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleiner Sarg genutzt werden. Äh, na toll, Alter. Ich schätze, das muss Hawkins sein, der Ärmste. Von ihm ist fast nichts übrig. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, Leute. Aber wenn seine Leiche erst mal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Ergebnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns dann noch abfinden. Damit. Ach Gott. Oh, Mann. Das waren also die kleinen Särge. Oh, Mann. Das waren so Stücke. Ich wusste es. Ja, warte denn. Was wusstest du? Hä? Hat er jetzt einfach bloß ein Skelett mit Kapuze gesehen und hat dir gesagt so... Was ich weiß. Oh nein. Ist da nicht gerade nach der Irre langgelaufen? Bei dem Vorschlaghammer? Ist da gerade nach der Irre langgelaufen? Nee, das war quasi der alte Vorführer. Das ist die Stage. Was macht er jetzt? Ein kleines Ritual? Hm? Ein paar Seiten aus dem Necronomicon vorlesen, oder wie? Das war sehr. Oh, nein, 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 nein. Ich will sehr gut sein. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Hey, hey, hör mir zu. Tief durchatmen, okay? Es muss keiner verletzt werden. Rösch. Das ist aber mutig. Wenn sie hier schon so eine taffe Maus ist, was soll ich tun? Und der Elbhofer geht daher. Oh, mach nichts. Nein, Alter. Oh, nein. Das ist nicht gut. Oh, shit. Kann jetzt gerade Julia irgendwie entgegen geschwommen? Mann. Ist das so wirklich... Nicht gut. Nein! Mann, nein! Du hast recht. Oh, oh. Das wird nichts. Das wird nichts, Benny. Das wird nichts. Abwarten. Nein, noch nicht! Los, Carlos, los! Das war mit der Fliess. Das war mit Fliess. Ja. Oh shit, Alter. Wo ist denn jetzt eigentlich Alex? Ich hab keine Ahnung. Ist der jetzt wieder auch gestorben aus dem heiteren Himmel oder was? Die Verteilerkappe? Ja, die ist auch kaputt. Oder? Ja, nice. Julia überlebt als Einzige. Ja, kann man hoffen, dass jetzt wirklich der Hubschrauber noch kommt. Ja. Aber... Aber Brad ist noch nicht tot. Guck mal an. Ja, aber what the fuck, Alter. Doch, Brad ist tot. Aber wieso? Durch was? Durch was? Warum ist Alex jetzt auf einmal hier? Oder doch? Oder doch? Er ist ja eigentlich nur runtergesprungen zu irgendwas. Versteh ich nicht. Aber Alex lebt noch. Alex und Julia sind die einzigen Lebendien gewesen jetzt hier noch. Vielleicht noch. Aber nee, ich glaube ja. Nee, die Piraten sind ja jetzt alle tot, oder? Conny. Conny. Ich meine, die haben immer noch den Hilferuf abgesetzt, ne? Also, Fliss. Ja. Er hat immer, wenn ich mal wütend oder enttäuscht war, kam er mit seiner Theorie an über unendlich parallele Realitäten, die eventuell existieren könnten. Und es war egal, wie schlimm die Dinge aussahen. Es gab immer ein paar andere Realitäten, wo alles noch viel schlimmer war. Du hattest recht, Kleiner. Verfickt recht. Er war ein Arschloch. Was? Ja, Conny. Conny meinte es gut. Ah. Ich dachte schon Brad, hallo? Er meinte es immer gut. Er ist halt ein Scherzkeks. Er will andere immer zum Lachen bringen. Oh Mann. Ja, das lief mal nicht so jung, Mann. Und es gibt ja die Möglichkeit, dass alle überleben, oder? Oder alle sterben. Oder alle sterben? Oder alle sterben. Okay. Hey! Okay. Okay. Sind. Wie. Was. Wie. Okay. Das heißt... Kommt nicht nochmal der Kurator? Naja... Für Wichter kommt nicht nochmal der Hubschrauber. Okay. Sind jetzt doch alle gestorben? Also... Ich denke... Ich hoffe doch nicht. Also... Sind wir bitter. So. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Aber... Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was sie glücklich macht, nicht wahr? Ich schätze... Wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit... Oder nicht. Und die Verteilerkappe? Puff! Oh, wie schade. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile. In Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist... Es gibt ein nächstes Mal. Das ist... Unvermeidlich. ... ... Ja, krass. Tja. Okay. Äh, wow! Wow! Also ähm... Wow! Das war wirklich ein... ein... ein krasses Spiel. Okay, ja, also wie gesagt, der Kurator hat zum Schluss nochmal gesagt, das Spiel definiert sich durch verschiedene Entscheidungen, die ihr wirklich in Panik und Eile trefft und ja, wir haben es aufgesplittet untereinander und wir haben nach bestem Wissen und Gewissen versucht zu entscheiden und ja, wenn ihr denn vielleicht andere Händen sehen wollt, irgendwie, hey, besorgt euch das Spiel und spielt es selbst durch, es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht und, äh, macht selber die Erfahrung und ich glaube, es gibt noch eine Menge in diesem Spiel zu entdecken und dann kann ich mich dem Kurator nur anschließen an dieser Stelle. Wir sehen uns in Little Hope. Ciao. Tschüss. Ah, so ein Fuck, ey. Oh, Betty. Da, ja, sie werden gerettet, der Hubschrauber, der Hubschrauber kommt. Ja, ja, sie überlebt. Jetzt kommt doch der Hubschrauber. Ja. Und ich dachte schon, sie würden sterben. Ich hab mich auch schon gewundert, der hätte so ein Kind City macht sonst mit dem Funkspruch. Ziel bestätigt. Die Uang Madame. Sie ist es, Jungs. Für die Mission gilt Geheimhaltungsstufe 3. Ihr wisst, was das heißt. Stufe 3. Nein, bomben die den Kahn jetzt weg? Nein. Aber die werden erstmal im Gewahrsamen geschafft, wahrscheinlich. Was? Warum? Vielen Dank.